Guten Tag. Guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung, die MB Live heißt, die Sendung des Marburger Bundes bei Streamed Up hier in Wiesbaden. Mein Name ist Susanne Jona. Ich bin die erste Vorsitzende des Marburger Bundes und ich führe heute sehr gerne durch diese Sendung. Wir wollen aufzeigen, neue Wege zur Neuordnung der Notfallversorgung. Es ist allenthalben besteht Einigkeit, dass wir eine Reform der Notfallversorgung tatsächlich brauchen. Aber wie der Weg dahin ist und was das Richtige ist, das ist Stand der Diskussion. Wir brauchen mehr Kooperation, mehr Koordination. Das wissen wir. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit Ärztinnen und Ärzte aus dem ambulanten und stationären Bereich besser zusammenarbeiten. Und der Marburger Bund hat schon im Mai 2017 ein Eckpunktepapier zur Notfallversorgung vorgestellt. Dann gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ein gemeinsames Konzept für eine integrative Notfallversorgung aus ärztlicher Sicht entwickelt. Damals waren Herr Gibbis und auch ich, viele andere daran sehr aktiv beteiligt. Und auch deshalb freue ich mich, dass an unserer heutigen Sendung Dr. Bernhard Gibbis teilnimmt. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet, ist Leiter des Dezernat Versorgungsstruktur und Sicherstellung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Lieber Herr Gibbis, herzlich willkommen zu MB Live. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und auch im Studio haben wir hier zwei weitere Experten, die mit uns diskutieren, aus stationärer und auch aus ambulanter Perspektive. Ich begrüße hier bei uns im Studio Professor Dormann. Er ist ärztlicher Leiter und Chefarzt der Notaufnahme im Klinikum Fürth. Er ist auch Vizepräsident und damit Vorstandsmitglied der DIGINA. Und das ist die Gesellschaft für klinische Akut- und Notfallmedizin. Die Deutsche Gesellschaft und mit der DIGINA verbindet uns als Marburger Bund auch eine lange Zusammenarbeit, gerade natürlich zum Thema Notfallversorgung. Vor einigen Monaten haben wir noch mal ein gemeinsames Papier rausgegeben, auch zur Ersteinschätzung, zur Vorstellung, wie wir gemeinsam uns die Versorgung in gemeinsamen Anlaufstellen vorstellen. Und ich freue mich insofern auch sehr, dass Sie hier sind, Herr Professor Dormann. Herzlichen Dank für die Einladung. Und natürlich, ich begrüße Dr. Lars Bodamer in unserer Runde. Er hat ganz viele, viele Jahre am Krankenhaus gearbeitet, ist mittlerweile ambulant tätig als Kardiologe, Notfallmediziner, Sportmediziner auch hier ganz in der Nähe, in Frankfurt am Main. Er ist außerdem seit vielen, vielen Jahren aktives Marburger Bund Mitglied, ist auch Vorstandsmitglied hier in Hessen und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, noch ein Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten wissen es, während der Sendung schon haben Sie die Möglichkeit, über die Chatfunktion uns Fragen zu stellen, Anmerkungen zu geben. Bitte schreiben Sie die auch schon jetzt, während wir hier diskutieren, damit wir dann im zweiten Teil der Sendung auf Ihre Fragen, auf Ihre Anmerkungen eingehen. Uns ist es ganz besonders wichtig, dass Sie uns Input geben. Wie läuft es bei Ihnen auch vor Ort in der Notfallversorgung? Das ist enorm wichtig und natürlich auch ein wichtiges Ziel dieser gemeinsamen Diskussionsrunde, Ihre Fragen aufzunehmen. Ja, wir beschäftigen uns natürlich heute mit den Empfehlungen der ja von Bundesgesundheitsminister Lauterbach gegründeten Regierungskommission, die in ihrer Stellungnahme, die am 13. Februar erschienen ist, in der sogenannten vierten Stellungnahme, die werden schlicht durchgezählt, sich mit der Notfallversorgung beschäftigt. Und einer der Kernpunkte dieser Empfehlung der Regierungskommission sind integrierte Notfallzentren, die entstehen sollen an Krankenhäusern. Es gibt sicher Erfahrungen, wir wissen ja, es gibt schon Erfahrungen für solche gemeinsamen Anlaufstellen, die es in unterschiedlicher Form gibt, wo Notdienstpraxis und Kassenärztliche Vereinigungen an einem Ort gemeinsam arbeiten. Wie funktioniert denn aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit? Was wäre vielleicht auch zusätzlich nötig, um die Zusammenarbeit an dieser Schnittstelle noch zu verbessern? Die Kommissionsvorschläge haben wir natürlich auch mit großem Interesse gelesen und analysiert und da sind viele gute Ansätze drin. Da ist die Frage, sollen das alle Krankenhäuser machen oder ausgewählte Krankenhäuser? Strukturierte Ersteinschätzung finden wir gut, dass die auch als Instrument da eine Rolle drin hat. Von der Realität, wie es funktioniert im Lande, wissen wir, dass wir mittlerweile über 800 Praxen haben, die überwiegend an Krankenhäusern eingerichtet sind. Ich habe den Eindruck, dass es kollegial oft sehr gut läuft, dass es funktionieren kann, dass da auch ein Miteinander entsteht, auch neu entstanden ist. Wir sehen aber auch, dass natürlich es menschelt an allen Ecken und Enden, dass auch die Krankenhäuser zum Teil eine unterschiedliche Linie haben, wie sie damit umgehen wollen, wie sie, ob sie, ist auch nicht so einfach, natürlich, bauliche Gegebenheiten sind sie berücksichtigen, ob man einen gemeinsamen Tresen macht oder ob das eine Bereitschaftsdienstpraxis ist, die dann über die Kellertreppe zu erreichen ist. Auch das habe ich mir selber angeschaut, auch das gibt es. Das ist noch sehr heterogen und uneinheitlich und ich bin dabei eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da auf kollegialer Ebene zu einem engeren und besseren Miteinander kommen, bis hin zu dem Punkt, dass Kollegen aus den Krankenhäusern, im Nachtdienst ja oft an Weiterbildungsassistenten und Kollegen, die niedergelassenen sind, auch mal eine Kontaktfläche haben und voneinander kennen, voneinander wissen und zusammenarbeiten. Also ich glaube, da entsteht was Neues und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den Rahmen dessen, wie das dann auch ausgestaltet wird, noch gemeinsam besser beschreiben könnten. Aber bitte immer mit Freiheitsgraden auf lokaler Ebene davon abweichen zu können. Ich glaube, so eine glücklich selig machende, einheitliche Lösung für die gesamte Republik kann es da wahrscheinlich nicht geben. Herr Gibis, jetzt haben Sie schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht eine Nachfrage. Sie haben die Zahl 800 genannt, auch auf bauliche Probleme oder notwendige bauliche Maßnahmen hingewiesen. Diese 800 sind ja nicht schon alles richtige integrierte Notfallzentren oder gemeinsame medizinische Anlaufstellen, sondern wenn ich es richtig verstehe, sind es häufig auch Praxen der Kassenärztlichen Vereinigungen, die am oder ganz nah am Krankenhaus eingerichtet sind. Ganz genau, wir haben also ganz gute Übersicht über die Abrechnungsdaten, die da reinkommen. Wir sehen da deutlich, dass in der tiefen Nacht da nicht so viel los ist im Nicht-Notfall-Bereich. Wir wissen, dass zwischen 18 Uhr, 24 Uhr viel los ist, auch unter den Wochentagen. Der Peakpunkt ist eigentlich immer Samstagvormittag, an den Wochenenden natürlich so bis 10 Uhr, 11 Uhr, was den ambulanten Bereich angeht. In diesen Zeiten sind dann KVen vor Ort an den Krankenhäusern, um entsprechend Patienten übernehmen zu können. Ich glaube, es wäre auch nicht sinnvoll, rund um die Uhr doppelt beide Strukturen vorzuhalten. Aber es ist natürlich sinnvoll, in den Hauptlastzeiten hier eine Entlastung im ambulanten Bereich vorzuhalten. In manchen Krankenhäusern gibt es schon einen gemeinsamen Tresen. Das ist eher die Ausnahme. Ich hatte es angesprochen. Oft ist es auch wirklich eine Frage der Baulichkeit. Ob man sowas einrichten kann. Und natürlich würden wir uns manchmal auch wünschen, dass die BD-Praxis noch sichtbarer ausgewiesen wird, noch erreichbarer wird. Es ist natürlich auch verständlich, dass das Krankenhaus gebaut wurde. War da die Notaufnahme und die Liegendvorfahrt? Und das war der Architektenauftrag, der damals abgearbeitet wurde. Insofern glaube ich, werden wir da auch immer auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht nehmen müssen. Vielen Dank, Herr Professor Dormann. Wie ist es aus Ihrer Sicht, also aus Sicht des in der Notaufnahme tätigen Arztes? Wie erleben Sie das in Fürth? Und was hören Sie auch natürlich über die Degina, über die schon existierenden Strukturen? Also wir haben ja, wie Herr Giebes auch schon darauf hingewiesen hat, eine sehr heterogene Struktur in der ganzen Bundesgebiet, sodass man zunächst mal nicht von einer einheitlichen Ausgangssituation ausgehen kann, sodass die unterschiedlichen Wege sicherlich ein bisschen differieren werden. Wir selber am Klinikum Fürth sind jetzt ein umfassender Notfallversorger, haben etwa so 50.000 Patienten über die Notaufnahme pro Jahr. Wir haben seit etwa 2017, glaube ich, eine Bereitschaftspraxis direkt im Klinikum und würde ich sagen, agieren ähnlich wie ein integriertes Notfallzentrum. Das, was ich festgestellt habe, ist, dass durch das, dass die Bereitschaftspraxis am Klinikum eröffnet wurde, zunächst mal ein ganz neuer Patientenstrom eröffnet wurde. Nämlich ambulante Patienten, die vorher nie in die Notaufnahme oder ins Klinikum gekommen wären, strömen plötzlich in die Bereitschaftspraxis. Das heißt, man hat eigentlich durch die Bereitschaftspraxis nochmal ein natürliches Konkurrenzangebot zu den niedergelassenen Praxen geschaffen, nur eben außerhalb der Praxisöffnungszeiten, sodass da also insgesamt jetzt auch sehr viele Patienten behandelt wären, die vorher gar nicht da waren. Der zweite Punkt ist, dass die Bereitschaftspraxis limitierte Öffnungszeiten hat, also beispielsweise abends bis 21 Uhr, auch mit der Begründung natürlich, dass ab 21 Uhr die Bereitschaftspraxis nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Das hat aber den Nachteil, dass die 11, 6, 11, 7 ab 21 Uhr dann die Patienten zu mir in die zentrale Notaufnahme weiterleitet, sodass wir regelmäßig nachts jetzt ungefähr 10 bis 15 Patienten zusätzlich versorgen, die wir aber letztendlich weder personell noch wirtschaftlich durch andere Ressourcen kompensiert bekommen, sondern ausschließlich durch ungünstige Arbeitszeiten und natürlich auch nicht wirtschaftlich betreiben können. Zum Dritten ist es so, dass wir festgestellt haben, dass ein Großteil der diensthabenden Kolleginnen und Kollegen dort ja nicht die Fachärztinnen und Fachärzte sind, sondern Vertreter der Fachärztinnen und Fachärzte, das heißt, das sind Weiterbildungsassistenten in jüngeren Jahren, die dort eben Dienst tun, die einen sehr unterschiedlich heterogenen Ausbildungsstand und Kompetenzlevel aufweisen, sodass wir auch die Weiterleitungen, die wir jetzt aus der Bereitschaftspraxis als Einweisung bekommen, sehr stark in Abhängigkeit sehen zu dem Qualifikationsmix, was eben gerade sozusagen dann dort in der Bereitschaftspraxis auch vertreten ist. Und zum Vierten haben wir noch die Situation, dass auch dort trotz der, sage ich mal, sehr starken disziplinarischen Maßnahmen, die bei uns die KV Bayern eingeführt hat, immer mal wieder Dienste unbesetzt bleiben, weil vielleicht Krankheitsausfälle vorhanden sind oder weil vielleicht plötzlich irgendwelche Irrtümer im Dienstplan auftauchen. Und dann ist natürlich die zentrale Notaufnahme der willkommene Libero, um das System aufrecht zu erhalten. 2.24.7.365. Und wenn ich das zusammenfassen darf, dann wäre uns natürlich sehr, sehr stark daran gelegen, dass gerade zum Beispiel die Fachliche, also es gibt ja dieses Peer Review, dass man sagt, man unterhält sich mit Kollegen, man versucht Fachlichkeit zu entwickeln, eine entsprechende Facharztlevel auch entsprechend Patienten zu behandeln, gerade die Notfallpatienten, da würden wir uns natürlich noch mehr Qualifikation und Zusammenarbeit wünschen und vielleicht auch entsprechende Standards wünschen, was das betrifft. Wir selber leiten natürlich auch Patienten aus der zentralen Notaufnahme an die Bereitschaftspraxis weiter. Wir triagieren mit einem der in Deutschland üblichen Triage-Instrumente, also MTS oder ESI. Ich will jetzt da gar keins nennen. Und wenn wir eine niedrige Dringlichkeitsstufe haben, dann ist klar, dass der Patient warten kann. Und wenn er die Ressourcen des Krankenhauses nicht benötigt, dann leiten wir ihn selbstverständlich auch an die Bereitschaftspraxis weiter. Und es funktioniert sehr gut, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, dass die Bereitschaftspraxis dann halt entsprechend auch Einweisungen zu uns vornimmt. Das sind ungefähr, wenn man vom Prozentsatz her ausgehen kann, etwa acht Prozent, die wir weiterleiten. Es gibt aber auch Notaufnahmen, da möchte ich darauf hinweisen. Da habe ich auch sehr positive Resonanz gehört, dass eben durch die Bereitschaftspraxen tatsächlich die Anzahl der Patienten in den Notaufnahmen etwas verringert werden konnten. Also das sind auch positive Effekte, sodass das dann wiederum ein Effekt ist, je nachdem, wie auch die entsprechende Umgebung mit den Praxen gestaltet ist, auch mit den KV-Fahrdiensten letztendlich gestaltet ist, wie die Abdeckung in der Bevölkerung eben sonst auch organisiert ist. Von daher glaube ich, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ausgangspositionen, sodass ich erst mal primär nur über meine Erfahrung berichten darf. Vielleicht noch eine Nachfrage. Können denn die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem ambulanten Bereich dort an der Praxis tätig sind, können die auf Teile der diagnostischen Möglichkeiten ihrer Notaufnahme des Krankenhauses zurückgreifen? Also es gibt tatsächlich auch einen Kooperationsvertrag dann mit unserem Laborinstitut und auch mit der Radiologie, sodass sie durchaus auch Röntgenleistungen und Laborleistungen durchführen dürfen. Aber da kommen wir schon an die erste große Hürde. Das heißt, wurden dort Röntgenleistungen oder Laborleistungen erbracht und der Patient muss eingewiesen werden, weil er tatsächlich eine stationäre Struktur benötigt. Dann haben wir zunächst in der Notaufnahme überhaupt keinen Zugriff über diese Befunde, die eigentlich im eigenen Haus gestellt worden sind. Das heißt, das ist schon eine der ersten Hürden. Transparenz im Gesundheitswesen. Der Herr Lauterbach hat die elektronische Patientenakte als Ziel für 2024 definiert. Ich würde mir wünschen, wenn es schon im Kleinen gut funktionieren würde und wenn man auch gesetzlich zumindest den Rahmen dafür schafft, dass hier eine Transparenz stattfindet, dass wir Hand in Hand arbeiten können. Ja, schon ein großer Knackpunkt, den ich nochmal zurückstelle. Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt und in der Notfallversorgung insbesondere. Die Systeme sind in der Zeit gar nicht kompatibel. In der Tat ein wichtiges Thema. Herr Budamer, aus der Erfahrung auch des ambulant tätigen Arztes, aber auch tätigen Notarztes, in der Praxis oder welche Möglichkeiten hat man in der Praxis als ambulant tätiger Arzt, sich in dieser Thematik Notfallversorgung zu beteiligen? Also ist es möglich, eine Zeit freizuhalten beispielsweise? In Hessen gab es und gibt es ja immer noch ein sogenanntes Projekt, Sandprojekt heißt das, wo auch Portalpraxen benannt werden, spezielle Praxen, die Zeiten freihalten für Patientinnen und Patienten aus der Notfallversorgung. Ist das ein Konzept, was uns weiterbringen kann? Nun, die gelebte Praxis in der ambulanten Behandlung von Patienten ist, dass man eigentlich natürlich immer eine volle Praxis hat. Das heißt, es gibt Wartezeiten, es gibt einen Terminkalender. Die fachärztliche Patientenbehandlung erfolgt nach Terminkalender. Wir haben keine offenen Sprechstunden und das führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir Notfälle haben, sie entweder direkt bekommen oder nach Rücksprache mit dem Hausarzt in der Praxis behandeln. Wenn wir einweisen wollen, tun wir das ja naturgemäß zu den Geschäftszeiten, nicht am Wochenende und nachts, wenn wir einen Notfall, der stationär behandelt werden muss, einweisen wollen. Dann wiederum ist es natürlich häufig schwierig, die üblichen Wege zu nehmen. Kommt immer sehr darauf an, was es ist. Aber ich aus dem kardiologischen Bereich kann sagen, dass in den umgebenden Krankenhäusern der Kontakt direkt zu den mir bekannten Kollegen gewählt wird und dann direkt angefragt wird, ob Patienten aufgenommen werden können und nicht der Weg direkt über die Notaufnahme oder andere Telefonate geführt werden. Also da ist der persönliche Kontakt eigentlich am allerbesten. Man könnte natürlich auch in die Wehner nachschauen, wo letztendlich eine Einweisungsmöglichkeit besteht. Aber das umgeht man in dem Moment, wo man die Strukturen im Persönlichen kennt. Der normale Weg, den der Patient geht, das heißt also, die Allokation des Patienten mit dem entsprechenden Krankheitsbild, zunächst beim Hausarzt, dann über den Facharzt und dann eventuell in die Klinik, der findet ja nicht immer statt. Aus verschiedensten Gründen, die bekannt sind. Die Patienten kommen teilweise selbst auch in die Facharztpraxis. Da ist es nicht immer gegeben, dass es direkt erforderlich wäre, dass der Patient kardiologisch direkt gesehen werden müsste. Das führt dazu natürlich auch, dass andere Patienten nicht zeitgemäß Termine bekommen, die dann wiederum in der Notaufnahme oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst sich wiederfinden. Natürlich kann man über die Kommunikationswege versuchen, das entsprechend abzufangen. Aber man erlebt das persönlich als Niedergelassenheit natürlich in dem Falle, wenn dann die Berichte kommen von Patienten, die man eigentlich gut kennt, die man hätte versorgen können, aus einer stationären Therapie. Die Briefe kommen und man liest, wie der Notfall zustande gekommen ist. Und da denke ich, dass sie hat den Kommunikationswege angesprochen, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, wann was passiert bei einem Patienten. Und das ist in der heutigen Zeit noch so, dass eine große Zeitverzögerung da ist. Sprich, die Kommunikation über Fax oder per Post zu erfahren, was letztendlich kürzlich passiert ist mit einem Patienten. Das ist nicht zeitgemäß. Und wenn ich Patienten als Notarzt sehe, sehe ich natürlich die andere Seite. Die andere Seite ist die, dass man natürlich über die Leitstelle eine Zuweisung in die Klinik bekommt. Im Rhein-Main-Gebiet ist das entsprechend der Fall. Und da durchaus entsprechend lange Wege auch zurücklegen muss, um einen akuten Notfallpatienten zu versorgen, weil eventuell halt die stationäre Versorgung oder die Notfallversorgung in der Notaufnahme durch andere Patienten schon ausreichend ausgelastet ist. Diese weiten Wege, das hat zugenommen. Extremfall war natürlich die Pandemiezeit. Aber ein gutes Stück weit ist das geblieben. Und ich bin auf dem NEF tätig, nicht im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das ist eine andere Situation. Aber ich wünschte mir in dem Falle auch, wenn Patienten am Wochenende oder nachts tatsächlich notfallmäßig auch kardiologisch gesehen werden müssten, dass sie eine Anlaufstelle finden, wo sie nicht über Doppelstrukturen erst an einer örtlich anderen Stelle bereitschaftsdienstärztlich versorgt werden oder gesehen werden müssen, um dann nochmal, weil es eben doch gravierender ist, in die Notaufnahme geschickt werden zu müssen, wo noch einmal untersucht, noch einmal eventuell eine Akutlabor-Diagnostik gemacht wird oder dergleichen und das letztendlich an beiden Stellen Zeit, Personal, Aufwand und Kosten verursacht. In der Pandemiezeit habe ich häufiger von Kolleginnen und Kollegen, die nur den Notfallwagen besetzen, gehört, dass man durchaus auch mal längere Zeit den Patienten nicht in eine Notaufnahme fahren konnte, weil in einer Region alle Notaufnahmen sich rot abgemeldet hatten. In dem Iwena, haben wir vorhin genannt, interdisziplinärer Versorgungsnachweis, wo die Krankenhäuser ihre Kapazitäten melden können. Ist das immer noch ein Thema oder ist das jetzt besser geworden nach der Pandemie? Also sind die Kapazitäten wieder etwas größer? Also persönlich kann ich sagen, die Einflüsse sind da sehr regional sicherlich sehr unterschiedlich. Aber dass die Kapazitäten deutlich größer geworden sind, kann man so nicht sagen. Es ist grundsätzlich im Rettungsdienst derzeit so, dass die Kollegen eine enorme Zunahme der Arbeitslast feststellen. Das hat zum einen mit Wegezeiten vielleicht zu tun, weil längere Wegezeiten in die Klinik bestehen, zum anderen aber auch, weil teilweise Verlegungszeiten da sind. Also im Rhein-Main-Gebiet ist das eine oder andere NEF aufgrund der häufigeren Verlegungen von einer Klinik in die andere auch noch zusätzlich in den Dienst gegangen. Und das ist eine Belastung nochmal, weil die Versorgung der Patienten, die durch die Verlegung bindet, so viele Ressourcen, dass es da ist es nicht absehbar, dass das irgendwie weniger geworden ist. Also ich selbst habe Patienten nach Düsseldorf gefahren, aus dem Rhein-Main-Gebiet, habe Patienten lange Zeit unter Narkose halten müssen im RTW über anderthalb Stunden für einen Akutpatient. Es war kein Verlegungspatient, weil über diese Zeit keine entsprechende Intensivstation gefunden worden ist. Also Versorgungsengpässe auch immer wieder, auch als Problem in der Notfallversorgung. Natürlich wissen wir, dass Patienten, wenn sie länger transportiert werden müssen, dass das in der Regel nicht gut ist für den Krankheitsverlauf. Man wünscht sich natürlich gerade, dass solche schwer betroffenen Patienten möglichst schnell eine Notaufnahme erreichen können. Zentrales Element des integrierten Notfallzentrums ist der sogenannte gemeinsame Tresen. Das darf man sich, glaube ich, durchaus räumlich vorstellen. Also ein Bereich, in dem vielleicht auch die Krankenhausärztinnen und Ärzte gerade direkt gemeinsam mit den niedergelassenen Arbeiten, wo wahrscheinlich Pflegekräfte mitarbeiten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein? Ist es wirklich wichtig, dass wir eine solche bauliche Struktur auch haben, an dem das direkt zusammentrifft? Wir haben ja vorhin gehört, in vielen Kliniken gibt es ja schon Bereitschaftsdienstpraxen, aber die sind eben nicht direkt dabei. Vom Professor Dormann haben wir gehört, etwa 8% werden in seiner Klinik in diese Praxis direkt weitergeleitet. Da kann man sagen, ist das wahrscheinlich noch ausbaufähig. Vielleicht gerade, wenn man den Patienten zusammen sehen würde. Frage auch, wie gehen wir am Ende mit diesem Fachkräftemangel um, der ja ganz häufig ein Teil des Grundes ist, warum wir zu wenig Kapazitäten haben. In der Regel liegt es ja nicht daran, dass kein einziges Bett oder kein einziges Beatmungsgerät frei ist, sondern dass wir das Personal nicht haben, das wir für die Versorgung dieser Patienten brauchen. Viele Patienten könnten früher geholfen werden, noch bevor sie sich auf dem Weg in die Notaufnahme machen. Zum Beispiel durch einen Anruf unter der 116-117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Es ist aus Ihrer Sicht, Sie haben ja eine große Werbekampagne gemacht, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für diese Nummer. Ist sie aus Ihrer Sicht jetzt besser bekannt? Kann sie wirklich zur Entlastung der Notaufnahmen beitragen? Wir haben vor zehn Jahren die 116-117 eingeführt. Wir haben seitdem 90 Millionen Anrufe gehabt. Wir haben allein in der Corona-Zeit 60 Millionen Anrufe gehabt. Ich glaube, nochmal ein Schlaglicht darauf, dass es eigentlich sinnvoll ist, zwei Nummern zu haben. Blaulicht und eine Nicht-Blaulicht-Nummer. Wir haben mittlerweile in vielen Befragungen festgestellt, ein Drittel der Deutschen kennt die Nummer, ständig wachsend. Es braucht lange, bis so eine Nummer auch im kollektiven Gedächtnis einer Bevölkerung verankert ist. Und wir sind schon überzeugt, die muss noch weiter ausgebaut werden, sie muss noch erreichbarer werden. Die Finanzierung muss auch mal auf vernünftige Füße gestellt werden. Wir glauben schon, wie andere Länder übrigens ja auch, dass man im Idealfall erst mal anruft, sich einen Eindruck verschafft und dann auch entschieden wird, wie dringlich ist das. Wenn es sehr dringlich ist, gleich weiter in die 112. Es ist ein Akutfall, das heißt innerhalb der nächsten 24 Stunden dann zu prüfen, wer kann das versorgen, wann kann das versorgt werden. Bis hin auch, wie wir es aus anderen Ländern kennen, dass man irgendwann auch mal Notaufnahmen oder Beispiele, die Berufsdienstpraxen an das Terminbuchungssystem anschließt und sagen kann, wir haben für sie um halb zwölf einen Termin und da ist jemand dann, der nimmt sie entgegen und kann sie auch versorgen. Das heißt, da sind wir noch in Deutschland, finde ich, am Anfang einer Entwicklung. Ich glaube nicht, dass wir künftig so werden, weitermachen können mit Rettungswagen und NRF und Notaufnahmen und EBD-Praxen. Wir brauchen weitere Angebote, telemedizinische Angebote, genauso wie telefonische Beratung vorgelagert, bevor dann die Patienten, die diese Versorgung brauchen, in die Strukturen gehen, die dafür vorgehalten werden und auch dafür da sind, für die Blaulicht-Patienten und für die Akut-Patienten. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, gemeinsam uns auch über vorgelagerte Strukturen noch mehr Gedanken machen. Noch ein letzter Satz zur Finanzierung, ich muss das ansprechen. Das bezahlen momentan die KV-Ärzte aus ihren Verwaltungskosten, die ganze F6, F7, das ist ein hoher dreistelliger Millionenbetrag, der da aufgelaufen ist mittlerweile. Ich glaube, so wie im Krankenhaus auch, ach, das kann man da noch mitmachen und das wird dann da als Auffangebene verstanden. Das kann keine Dauerlösung sein. Wir müssen uns auch über die Professionalisierung im Sinne von, dass diese Strukturen auch finanziert werden, dann noch mal gemeinsam Gedanken machen. Das kann nicht über Engagement und Philatropie und persönliche Neigung, wozu wir als Ärzte immer neigen und Ärztinnen geregelt werden. Das muss in der Struktur, meine ich, anders aufgestellt werden. Ja, das war also ein Petite um die F6, F7 und die Kosten, die dadurch entstehen, natürlich, dass am Ende, und das ist logisch, da es auch personalintensiv ist, diejenigen, die die Anrufe entgegennehmen, dass das außerhalb des gedeckelten Budgets finanziert wird. Verbunden damit müsste natürlich aus meiner Sicht auch tatsächlich eine noch bessere Erreichbarkeit sein. Wir wissen, dass wir in Peak-Zeiten unter der F6, F7 auch eine lange Wartezeit haben. Und Professor Dormann wird uns wahrscheinlich berichten können, dass Patienten auch gelegentlich kommen und möglicherweise sagen, ich habe dann eine halbe Stunde in der Warteschleife gehangen, dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, Herr Professor Dormann, noch eine Möglichkeit, Patienten, die in die Notaufnahme kommen, die vielleicht nicht die gesamten Ressourcen des Krankenhauses brauchen, besser zu lenken? Ist aus Ihrer Sicht die Ersteinschätzung unter der F6, F7 der richtige Weg? Und wenn ja, wie? Wenn nein, was dann? Wenn man sich jetzt überlegt, wie ist jetzt diese Reform bezeichnet? Es handelt sich ja nicht um die Reform des Gesundheitswesens, sondern es handelt erst mal um die Reform der Krankenhäuser. Krankenhausreform hat es Herr Lauterbach genannt. Jetzt kann man sich überlegen, vielleicht kommt nach der Krankenhausreform die Reform der vertragsärztlichen Versorgung. Also das Entscheidende, glaube ich, passiert tatsächlich, bevor der Patient auf dem Klinikgelände steht. Das heißt, wie ist das ambulante Angebot? Wir haben Umfragen gemacht in der Vergangenheit und haben gesehen, dass ein Teil der Patienten versucht hat, ein-, zweimal im ambulanten Sektor einen Termin zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Der Patient hat seine Beschwerden anders oder dringlicher eingeschätzt, hat dann letztendlich die Struktur der Notaufnahme dazu genutzt. Das ist also ein Problem. Das heißt, für Akuttermine, wir haben es auch von Ihnen vorhin gehört, die Terminkalender in den Praxen sind voll. Auch dort wird über Patientenumsatz letztendlich Gewinn erwirtschaftet oder letztendlich das Überleben gesichert. Und dementsprechend bleibt da oft für Akutanfragen und für Akutpatienten wenig Platz. Zu dem kommt, dass der Patient in 70 Prozent bei den Akutpatienten etwas Schmerz und in 80 Prozent auch Angst empfindet. Und die Kombination aus Schmerz und Angst führt natürlich zum eigenen Notfallempfinden. Das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, dass das verkehrt ist. In vielen Fällen ist das ja auch richtig, dass er dann versucht, den nächstmöglichen Kontakt letztendlich zu erhalten. Und was, glaube ich, schon wichtig ist, was die F6, die F7 unterstreicht, ist, dass man ein erweitertes Informationsangebot, dass man aufklärt, dass man Informationen gibt. Wenn ich jetzt beispielsweise die Notapotheke am Wochenende suche, dann gucke ich in meinem Smartphone nach, wo ist die nächste Apotheke, wo kann ich hinfahren und dort kann ich meine Medikamente holen. Für den ärztlichen Dienst gibt es das eigentlich nicht in der Form. Das heißt, ich würde mir auch eine größere Transparenz der Praxen wünschen, dass also auch die Praxen sozusagen leicht recherchiert werden können von den Patienten. Und ich würde mir auch wünschen, dass man auch zum Beispiel, wenn man jetzt an die Praxisöffnungszeiten denkt, weil es ist ja jetzt sozusagen das Kunstobjekt der Bereitschafts- oder Notdienstpraxen entstanden. Das ist ein Riesenkostenfaktor, der mittlerweile entstanden ist über ganz Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir ungefähr, ich glaube, 110.000 Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland. Und dort haben wir in der Regel ja Praxisöffnungszeiten. Und es geht ja immer in der Diskussion, was passiert außerhalb dieser Praxisöffnungszeiten. Und jetzt könnte man sich schon auch vorstellen, dass man die Praxisstrukturen oder größere MVZs tatsächlich auch nutzt, um dann erweiterte Angebote zu schalten, das heißt bis 21, 22 Uhr, das aber dann auch transparent kommuniziert. Dann haben wir zunächst mal eine andere Ausgangssituation. Daneben natürlich das Internet, natürlich die 11667 als Informationsangebot auch nutzen. Was schwierig ist, glaube ich, ist, dass man diese Steuerung als Abrechnungsmittel missbraucht. Und da muss ich sagen, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz zum Beispiel, dass dann eine Ersteinschätzung koppelt an eine Abrechenbarkeit, ja oder nein. Das ist in meiner Wahrnehmung der falsche Weg, zu dem dann sozusagen über eine Ersteinschätzung, die nicht von einem Arzt durchgeführt wird, eine Abrechnung getriggert wird. Und das kann es nicht sein. Denn für Abrechnung und für Diagnosestellung, glaube ich, muss letztendlich immer der Arzt zuständig bleiben. Ja, nochmal das Petitum, das ich absolut teile. Notfallversorgung kann nicht in erster Linie danach gesteuert werden, wie viel Geld wir dafür ausgeben wollen, sondern natürlich muss es um Patientenversorgung gehen. Herr Gibbis wird uns jetzt, glaube ich, den Tipp geben, wie man möglichst schnell findet im eigenen Bereich, wo der ärztliche Bereitschaftsdienst ist. Ich glaube, Herr Dormann, gehen Sie mal auf die Webseite 116117.de. Da haben Sie eine Bereitschaftsdienstpraxensuche, Sie haben eine Arzt-Suche, Sie können eine Terminvereinbarung machen. Wir haben mittlerweile, ESMED nennen wir das, strukturierte Ersteinschätzung für Patienten, dass man sich selber einschätzen kann. Und sogar in manchen KV-Bereichen testen wir das gerade, in der Terminbuchung weitergeleitet wird. Da hat sich sehr viel getan. Also dass hier die Zugänglichkeit und die Transparenz der Struktur nicht klar wäre, glaube ich, das ist nicht mehr ganz a state of the art. Wir müssen, glaube ich, natürlich auch die Größenordnungen im Auge behalten. Wir haben 640 Millionen Abrechnungsfälle pro Jahr in der ambulanten Versorgung. In der Notfallversorgung kriegen wir jetzt noch 8,6 Millionen über die Krankenhäuser im letzten Jahr gemeldet, die dort versorgt wurden. Das sind deutlich weniger als vor Corona. Vor Corona hatten wir über 10 Millionen Fälle, die in den Notaufnahmen versorgt wurden. Das sind eher weniger geworden. Der Corona-Effekt halt da auch noch nach. Und wir müssen uns wirklich anschauen, wie kann man das noch besser ineinander greifen lassen. Und ich bin persönlich nicht überzeugt, dass gerade der gemeinsame Tresen, der vorhin angesprochen war, dafür alle Krankenhäuser die richtige Lösung darstellt. Ich kann gut vorstellen, wie in Fürth bei Ihnen, dass das eine Lösung sein könnte, in einer großen Klinik mit vielen Patienten. Wir haben auch viele, viele Häuser, die nicht so viele Patienten versorgen, wo man eine andere Struktur braucht, um dann entsprechend Patienten auch versorgen zu können. Was die Erreichbarkeit der F6, F7 angeht, ja, kann ich Ihnen völlig zustimmen. In Peak-Zeiten ist die nicht auskömmlich, ist nicht hinreichend, muss besser werden. Auch da schlägt auch das zu, was Sie angesprochen haben, Frau Jona, Fachkräftemangel qualifiziertes Personal zu bekommen, ist in dem Bereich auch nicht einfach. Wenn ich einen Punkt ansprechen darf, und ich glaube, erst wahrscheinlich naturgemäß ein bisschen kontrovers, ist die Vorstellung, machen wir Ärztinnen und Ärzte alles weiterhin, immer über unseren Zugang, in der Nacht im Krankenhaus, durch die entsprechend zum Einsatz kommenden Weiterbildungsassistenten oder die Kollegen in der ambulanten Versorgung, oder schaffen wir es auch, andere qualifizierte Gesundheitsberufe so einzusetzen, dass wir als Ärztinnen und Ärzte uns auf das konzentrieren können, was wirklich ärztlich sein muss und ärztlich bleiben sollte. Ich glaube, dass wir da immer noch sehr konservativ, argwöhnisch darauf achten, dass andere Gesundheitsberufe da nicht weitergehende Tätigkeiten übernehmen. Ich bin völlig einer Meinung, auch mit allen anderen, Diagnosestellung ist immer eine ärztliche Aufgabe. in Zweifelsfällen immer Ärzte hinzuziehen. Aber ich mache mir Sorgen, wirklich um den Umstand, dass wenn mal die jetzige Generation selber zu Patienten wird, wir gar nicht genügend Ärzte haben werden, diese Versorgung sicherstellen zu können. Also ich glaube, da ist auch in manchen Bereichen neues Denken gefragt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, auch im ärztlichen Breitschaftsdienst, dass auch da qualifizierte Fachkräfte noch viel mehr zum Einsatz kommen können, als wir das bisher tun. Und ich könnte mir denken, dass das natürlich aus Sicht einer ärztlichen Organisation ganz anders gesehen wird. Aber da würde mich auch wirklich interessieren, wie kriegen wir da eine Arbeitsteilung hin, die auch zukunftsfest sein kann. Herr Budamer, ist das aus Ihrer Sicht ein Lösungsvorschlag? Ist das möglich? Haben wir denn überhaupt, Herr Giebes spricht mit Recht und wir ja auch, über den Ärztemangel, Ärztinnen und Ärztemangel, der ja zunehmen wird, in den nächsten Jahren, die Versorgungsschere wird immer weiter auseinander gehen, immer mehr Patientinnen und Patienten, die wir versorgen müssen, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung und immer weniger, die sie versorgen können. Hilft uns das in der Notfallversorgung, das auf andere Berufsgruppen zu verteilen? Und wenn ja, wo können wir denn verteilen? Und haben wir in dem Bereich denn Personalkapazitäten? Erstmal ist es wichtig zu gucken, auf welche Berufsgruppen man verteilen möchte. Aber grundsätzlich haben wir, soweit ich das erlebe, in keiner Berufsgruppe einen Überfluss oder genügend Personal, das wir verschieben können. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht so sein. Selbst was die niedergelassenen Fachärzte anbelangt, wird es in Zukunft nicht mehr so sein, dass zu viele Fachärzte einen Kassensitz suchen, sondern in bestimmten Fachbereichen, wie auch jetzt im ländlichen Bereich, würde es auch im städtischen Bereich irgendwann kippen, dass mehr Kassensitze verfügbar sind, als gesucht werden. Insofern wird es da auch nicht unbedingt eine große Unterstützung geben, was die Struktur in absehbarer Zeit aus demografischen Gründen anbelangt. Ich denke, natürlich sind die Bemühungen wichtig, was jetzt Thema Gesundheitskompetenz, Bekanntheitsgrad der 116, 116, 116, 117 anbelangt, da weiterzumachen, weil man muss sich natürlich kritisch fragen oder man muss sich messen lassen daran, wie effizient, wie sich die Zahlen der Patienten, die sich in Notaufnahmen fehlallokalisiert wiederfinden, reduziert. Und wenn es das nicht der Fall ist, dann muss man weiterschauen, dass der Bekanntheitsgrad der alternativen Wege, ärztliche Hilfe zu bekommen, größer wird. Und da werden sich die Generationen sicherlich auch unterscheiden. Wenn man jetzt die älteren Generationen fragt, die kennen vielleicht besser noch das System des ärztlichen Notdienstes, die Jüngeren weniger. Noch dazu muss man schauen, wie es ist mit Patienten mit Migrationshintergrund. Auch das ist sehr wichtig, dass da viel Aufklärungsarbeit geleistet wird. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, in dem Assistenten Siri, ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, hineinzusprechen, gib mir die Nummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst oder wie ist die Nummer vom ärztlichen Notdienst. Dann geht automatisch ein Programm auf, was ein Countdown herunterzählt und die 112 wählt. Also das kann jeder mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das bei Android auch so ist. Das ist interessant. Welche Wege sucht man, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu kontaktieren? Und da muss mehr gemacht werden, eindeutig. Also in der Niederlassung, wir haben in der Praxis auch eine Hotline für die Zuweiser eingerichtet, dass die uns natürlich direkt anrufen können, wenn es mal wirklich pressiert und die Patienten rasch eine Versorgung brauchen. Dann ist das möglich, weil wir dieses Problem kennen. Die Patiententermine sind alle ausgebucht. Und das geht über mehrere Monate und da muss man Wege finden, wie man miteinander kommuniziert. Und das machen aber fast alle Praxen schon. Und da helfen wir uns auf dem Wege aus. Aber dass die Patienten wissen, wo sie hingehen müssen, das ist ein ganz grundlegender Faktor, der weiter ausgebaut werden muss. Nur leider ist das keiner, der sich schnell einstellt. Das wird eine Sache, die dauert viele Jahre. Und alle anderen Mittel, die wir zur Verfügung haben, wie eine zentrale Anlaufstelle für Patienten, egal welche Notfallform das ist, die müssen weiter ausgebaut werden. Da kommen wir nicht drum rum. Das muss passieren. Finanzierungstechnisch muss das klar geregelt sein. Da kann es nicht sein, dass wir uns über Finanzierung so lange streiten, bis wir feststellen, dass wir vielleicht dann irgendwann Geld haben, aber überhaupt gar kein Personal mehr, die das machen möchten, weil die alle weggelaufen sind. Ja, einen wichtigen Punkt, der auch gerade nebenher noch so kam. Menschen, die vielleicht das deutsche Gesundheitswesen noch besonders schlecht kennen, weil sie noch nicht so lange in Deutschland leben. In anderen Ländern sind Sprachmittler, in Notaufnahmen, in Kliniken ganz normal. Bei uns in Deutschland leider immer noch nicht. Auch das ist ein Problem. Und da fragt man sich auch wieder zurück zum vorher genannten Thema Digitalisierung. Warum sind wir da eigentlich immer noch nicht weiter? Herr Dormann, ist die Zusammenschaltung der 1112 und der 116117, löst das ein Teil des Problems, das Siri falsch leitet oder das Menschen, die 116117 nicht kennen? Ist das der richtige Ansatz in dem Konzept? Also ich denke, ja. Ich würde das auch unterstützen. Die 116117 als telefonische Informationszentrale, auch mit einem strukturierten Algorithmus, bundesweit nach gleichen Regeln letztendlich für den Patienten, der kommunizieren kann. Virtuell am besten zusammengeschaltet, muss ja nicht physikalisch sein. Da geht es ja jetzt um die Gesundheitsleitstelle, übergeordnet sozusagen, dass man dann zusammenarbeitet, den Notruf an die 112 und auch die 112 die Möglichkeit hat, letztendlich dann auch weiterzuleiten. Das denke ich, ist sicherlich ein guter Schritt nach vorne und das sollte man auch weiter konsequent umsetzen. Wobei die 112 als Blaulichtnummer natürlich, Herr Gibis hat es schon gesagt, das ist alternativlos, das ist europaweit. Das ist, glaube ich, fest etabliert. Das hat den größten Bekanntheitsgrad. Aber die Irrläufer, die dort eben in Anführungszeichen sich melden, die müssen eine Möglichkeit haben, professionell, virtuell weitergeleitet zu werden, ohne dass sie merken, dass sie jetzt weitergeleitet werden, um dann eben für ihre Hilfestellung eine Antwort zu bekommen, die eben nicht dann das Rettungsmittel oder der Neff letztendlich ist, sondern vielleicht eine ganz andere Dienstleistung. Also bei uns berichtet die Leitstelle beispielsweise auch über Anrufe, dass sie jetzt zusätzlich irgendein Problem haben mit der Waschmaschine, die gerade nicht funktioniert. Also das sind auch ganz andere Themen, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Also da geht es jetzt gar nicht um Anführungszeichen Bagatellpatienten, sodass da, glaube ich, schon eine gute Zusammenarbeit und eine entsprechende Algorithmus- und Differenzierung notwendig ist. Aber wenn ich noch kurz ergänzen darf, weil wir diskutieren jetzt sehr viel über Struktur und wenig über Fachlichkeit. Und ich glaube, das kommt mir in dieser ganzen Reformdiskussion ein bisschen zu kurz, in der vierten Empfehlung letztendlich ist auch ganz klar nochmal die Fachlichkeit als solche erwähnt. Und ich denke, dass eine Krankenhausreform oder eine Notfallreform nur dann gelingen kann, wenn wir es auch schaffen, Akut- und Notfallmedizin fachlich anzuerkennen und zu qualifizieren. Denn das Entscheidende ist ja, wenn ich jetzt einen Patientenkontakt habe, dass ich in dem Patientenkontakt nicht anfange zu organisiere, sondern dass der Patientenkontakt in eine entsprechende Diagnose und Therapie mündet, also in eine Behandlung, die stattfindet und eine Behandlung, die abgeschlossen werden kann. Nur dann glaube ich auch, dass wir im Gesundheitssystem effizient arbeiten können. Wenn wir jetzt eine ganz große Bürokratisierungsstruktur aufbauen, eine Struktur, wo den Patienten wie eine Odyssee von A nach B nach C weiterleitet und dann nochmal einen Algorithmus macht und dann müssen wir den Algorithmus nochmal qualifizieren und dann müssen wir die Kraft für den Algorithmus nochmal qualifizieren. Anstelle dessen, glaube ich, sollte man nochmal den Kernpunkt der Qualifikation der akute Notfallmedizin nochmal fokussieren. Weil wir haben zunehmend ältere Patienten, wir haben zunehmend Patienten, die haben keine spezifische Organlobby. Ich sage mal Stichpunkt Liegetrauma, der polymorbide Patient, der ältere Patient. Und je länger ich in der Notaufnahme tätig bin, desto mehr Respekt habe ich vor den sogenannten Bagatell-Symptomen. Da kommt der Patient, der hat ein bisschen Bauchdrücken und hat eine Magenperforation, ist 80 Jahre. Manifestiert sich bei diesen Patienten halt so. Ist eine zeitkritische Diagnose. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier eine Professionalisierung aufbauen. Wir haben in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einen guten Schritt nach vorne gemacht, was die Professionalisierung bedeutet. Und diese Professionalisierung hat auch dazu geführt, natürlich, dass Notaufnahmen verstärkt in Anspruch genommen werden, weil dort Qualifikation nicht nur auf Facharztniveau, jetzt mittlerweile auch auf dem Niveau der Zusatzweiterbildung der klinischen akuten Notfallmedizin stattfindet. Und im Bereich der Bereitschaftspraxis haben wir momentan noch eine sehr heterogene Struktur. Wir haben eigentlich keine einheitliche Qualifikation. Wir haben alle Approbationen, die dort vertreten sind, die dort tätig sein dürfen. Das heißt, wir müssen auch in dem Bereich versuchen, dass die Akutmedizin qualifiziert stattfindet, weil was ich auch feststelle, dass ein Großteil der Patienten, die sich zum Beispiel den Notdienst- oder Bereitschaftspraxen vorstellen, ungefähr 70 Prozent, ich weiß nicht, Sie haben die Zahlen wahrscheinlich besser werden, in der gleichen Woche noch in eine Praxis weitergeleitet. Das heißt, damit mache ich das Gesundheitssystem ineffizient, damit mache ich die Praxiskalender voll, aber ich behandle den Patienten nicht final. Und dementsprechend wünsche ich mir eine Qualifikation, dass der Patient beim Kontakt eine fachkundige Behandlung erfährt und damit der Zweit-, Dritt- und Viertkontakt eigentlich sogar vermieden wird. Ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial, aber dann müssen wir auch die Qualifikation besprechen. Herr Dormann, ich falle jetzt mal gerade so ein bisschen aus der Moderatorenrolle raus und sage mal was Inhaltliches dazu. Also ich teile absolut Ihre Auffassung, dass eine fallabschließende Behandlung, wo immer das geht, gerade unkompliziert geht, auch durchgeführt werden soll. Die Zahlen, die wir häufig hören, warum, wie viele Patienten am Ende doch ambulant in den Notaufnahmen behandelt werden und dass die auch im Bereich der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hätten behandelt werden können, die stimmt ja erst mal. Dann ist das immer noch die Sicht ex ante und ex post. Das ist immer noch mal ein anderes Thema. Aber ja, wir wissen beim Teil der Fälle, dass das genauso gut jemand, die niedergelassenen Kollegen hätten machen können. Nur, wenn jetzt jemand mit einer Bagatellverletzung kommt, beispielsweise dauert es natürlich viel länger, dem Patienten zu erklären, dass er jetzt gerade falsch ist und er möge doch mal eben im Sozialgesetzbuch 5 nachlesen, wo er jetzt eigentlich richtig aufgehoben wäre, als dieses Problem eben zu behandeln. Und diese fallabschließende Behandlung ist im Sinne des Patienten, ist aber nicht im Sinne der Abrechnung und nicht im Sinne der Kostenträger in dem Fall. Und ich glaube auch, da müssen wir als Ärzteschaft vielleicht mal ganz klar sagen, wo es sinnvoll ist, mit einer gewissen Organisation besser zu steuern. Das ist sinnvoll. Aber in manchen Bereichen muss es dann auch noch unkompliziert anders funktionieren können. Und bei dem Fachkräftemangel sollte möglichst, wenn es beim Erstkontakt zu lösen ist, ist tatsächlich auch gelöst werden. Da teile ich Ihrer Auffassung absolut. Wir neigen dazu, immer große Apparate aufzubauen, statt manchmal auch direkt vor Ort Probleme zu lösen. Herr Gewiss. Ja, selbstverständlich. Mein Punkt hatte Herr Dormann auch angesprochen, fand ich auch wichtig. Die Attraktivierung des Angebotes, dass noch mehr Patienten kommen. Sie hatten es ja berichtet, dass die Beispraxis dazu geführt hat, dass noch mehr gekommen sind. Das müssen wir auch im Auge behalten. Aber vielleicht mal was zum Thema Qualifikation, was Sie angesprochen haben. Sie sagten ja, bei Ihnen wären Weiterbildungsassistenten in der KV-Praxis. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, bitte ich echt um Hinweis. Ja, weil das natürlich ein Verstoß gegen alle Abrechnungsvorschriften wäre, wenn das dauerhaft so der Fall wäre. Im Einzelfall würde ich es auch nicht die Hand ins Feuer legen wollen, aber es kann nicht regelhaft sein. Das würde einen Abrechnungsverstoß darstellen. Wir finden diese Qualifikationsdiskussionen, die müssen wir auch innerärztlich mal führen. Auf ambulanter Seite kommen da auch Psychiater zum Einsatz, die, was ich seit 20 Jahren, 30 Jahren pro Tag 40 Patienten sehen, die zumindest, glaube ich, schon erfahren genug sind, einzuschätzen, ist da Gefahr im Verzug oder nicht. Im Krankenhaus wissen wir, nachts treffen Sie dort keinen Facharzt an. Es ist ganz, ganz selten, dass da einer da ist. Und selbst die 30 Minuten, in denen jemand da sein soll, wird, glaube ich, sogar vom Barburger Bund immer wieder kritisch hinterfragt, ob das überhaupt machbar ist und ob man es nicht auf 40 Minuten verlängern sollte. Auch die Kommission finde ich an der Stelle etwas widersprüchlich. Die schreiben da unter Punkt 12, im ambulanten Bereich, also im minderschweren Fall, wo man mehr Zeit hat, sollen das immer Erste sein, die Facharzt für innere Medizin, Chirurgie, Allgemeinmedizin oder Anästhesie haben oder über die Zusatzweiterbildung verfügen. In der Notaufnahme steht dann zum gleichen Sachverhalt. In den Notaufnahmen bei Krankenhäusern muss die Umsetzung der GBA-Vorgaben zum Eintreffen eines Facharztes sichergestellt sein. Da wird keinerlei Auflage gemacht, welcher Facharzt das sein muss. Es kann jeder Facharzt sein. Und dann im Übrigen sollte man dann noch die Qualifikation in Notfallmedizin als Facharzttitel einführen. Ich finde, dass wir hier einen innerärztlichen Konflikt so ein bisschen haben, wo beide Seiten sich immer kritisch die Qualifikationen in April stellen. Ich meine, es wäre ein Fortschritt für die Diskussion, wenn wir hier gemeinsame Auffassungen entwickeln, wie wir es denn eigentlich gerne haben möchten, aber auch immer natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Ich würde sagen, die Versorgung in den Notaufnahmen, auch mit Assistenten, kann sehr gut sein, ist auch sehr gut. Ich würde aber auch davon Abstand nehmen, zu sagen, dass Fachärzte anderer Fachgebiete nicht in der Lage sind, zu entscheiden, ob hier Gefahr ein Verzug ist oder nicht. Das nur als Beitrag zur Debatte, wenn das Thema Qualifikation immer aufkommt. Ich glaube, wir tun uns als Ärzte keinen Gefallen, wenn wir immer gegenseitig die Qualifikation in April stellen. Herr Gibis, das sollten wir sicher nicht tun. Ich glaube auch, wir haben sehr gutes, sehr qualifiziertes Personal, sowohl in den Notaufnahmen als auch im ambulanten Bereich, als auch im Rettungsdienst. Natürlich ist es wichtig, dass die Strukturen stimmen und zu den Strukturen gehört natürlich am Ende auch die Dichte an Ärztinnen und Ärzten und Kollegen in Weiterbildung haben oft auch schon viele, viele Jahre Erfahrung dann in der Versorgung. Das nur ein kurzer Widerspruch, die 30 Minuten, als Marburger Bund sagen wir nicht, man sollte die 30 Minuten oder 40 Minuten verlängern, sondern wir sagen, wenn es zwanghaft 30 Minuten sind, ist das mit einer Rufbereitschaft nicht vereinbar, sondern dann ist es Bereitschaftsdienst, denn Bereitschaftsdienst ist so kategorisiert, dass man in einer bestimmten Zeit vor Ort sein muss und die Rufbereitschaft ist eigentlich, dann dürfen sich Ärztinnen und Ärzte auch weiter weg vom Krankenhaus aufhalten, denn sonst könnte man in der Rufbereitschaft ja nicht irgendwas anderes machen oder den Sohn vom Sport abholen und der Sportplatz ist gerade weiter weg als 30 Minuten. Das ginge ja dann nicht mehr und dann sagen wir, das passt nicht zusammen. Und diese 30 Minuten werden übrigens in den Notaufnahmen der Krankenhäuser vom medizinischen Dienst h-klein überprüft. Die Dienstpläne werden h-klein überprüft. Also da sind wir, wären wir schon wieder beim nächsten Thema, brauchen wir diesen riesen Prüfungsapparat, wofür wir Ärztinnen und Ärzte ja auch viel Zeit aufwenden müssen, um immer wieder diese Abrechnungsnachweise dann auch zu führen. Aber Sie kennen auch die Ergebnisse des MDKs zu der Frage? Ja. Okay, ja gut. Darf ich vielleicht zur Fachlichkeit, Herr Gibis, ich habe das durchaus nicht nur auf die Bereitschaftspraxen bezogen. Also Sie haben da vollkommen recht, dass wir glaube ich sowohl im Krankenhaussektor als auch im Bereich der Bereitschaftsprakten gucken, wie ist die fachliche Qualifikation organisiert. Und ich glaube, dass wir durch den GBA-Beschluss zur gestuften Notfallversorgung schon einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen sind, indem wir gesagt haben, da muss jemand mit einer Fachexpertise sein und diese Fachexpertise, die wirkt in dieser Abteilung. Das heißt, da gibt es Pfade, da gibt es Fortbildungen, da gibt es jemanden, der sich auch das nochmal nachschaut, der eine Qualitätskontrolle macht. Das heißt, da wird Personalentwicklung, da wird Fortbildung betrieben, zusätzlich zur Zusatzweiterbildung. Das heißt, das bringt im Kometenschweif Qualität in diese Abteilungen, bedeutet nicht unbedingt, dass früh um drei Uhr jetzt der Facharzt drinstehen muss, aber die Rahmenbedingungen und die Observation und in Neudeutsch des Peer-Review, was stattfindet, das bringt Qualität in die Versorgung. Und da ist es teilweise so, dass wir dann eben in der ambulanten Versorgung da noch Lücken haben, weil wir dann eben ja zum Beispiel jetzt auch in den Bereitschaftspraxen, das sind oder auch im Notarztdienst, da ist der Notarzt, der steht erstmal für sich klar. Es gibt auch die Notarztgruppen und so weiter. Aber da ist, glaube ich, auch dieses Peer-Review nicht in diesem Umfang da, wie sich das manche wünschen und auch manche gern nochmal eine Rückfallebene wünschen würden. Da sind wir ja sofort bei der Telemedizin, wo wir sagen, Mensch, super, da haben wir jetzt jemanden, den können wir telemedizinisch um Rat fragen, der kann uns jetzt kompetent in dieser Situation weiterhelfen. Und deswegen glaube ich, dieses Qualifikationsthema, das geht nicht nur darum, dass wir um drei Uhr jemanden hinstellen, sondern das Rahmen geschaffen werden, der wirkt und der Qualität schafft. Und deswegen glaube ich, das ist eine der Kernthemen. Und dann muss natürlich auch, weil Notfallversorgung bedeutet immer, dass die Masse der Patienten irgendwo zwischen 15 und 22 Uhr kommen. Das heißt, Notfallversorgung bedeutet immer, dass wir natürlich zu diesen Zeiten auch das höchst qualifizierte Personal natürlich in irgendeiner Weise vor Ort haben müssen. Und da kommen wir jetzt auf die Arbeitsbedingungen. Wir werden nur dann Qualität aufbauen können, wenn wirklich kompetente Kollegen über Jahre in diesem Beruf zu diesen Zeiten auch tätig sein können. Sie kennen alle die Entscheidung von Heuristiken. Heuristiken entstehen ja erst dann, wenn ich eine gewisse Berufserfahrung habe, zusätzlichen zu den Kompetenzen, die ich aufgebaut habe. Und das werde ich nur erreichen, wenn ich einen Arbeitsplatz schaffe, der Arbeitsbedingungen bietet, um dauerhaft dort auch tätig werden zu können. Und ich glaube, das wird die nächstgröße Herausforderung neben der fachlichen Qualifikation sein, dass man genau in diesen Zeiten, in diesen Zeiten der Hochfrequenz von akuten Notfallpatienten Bedingungen schafft, dass dort jahrelang Kolleginnen und Kollegen tätig sein. Und dann glaube ich, dann haben wir einen unwahrscheinlichen Hebel, dass wir eben diese Zweit-, Dritt- und Viertkontakte oder vielleicht Fehleinweisungen und so weiter oder vielleicht auch Fehldiagnosen deutlich reduzieren können. Und im Übrigen den ambulanten Anteil, den wird es ja immer geben, weil die Notaufnahme ist ja dafür da, den stationären Behandlungsbedarf abzuklären. Und ist der eben nicht gegeben, dann wird der Patient eben ambulant sein. Sonst würden wir ja vom Patienten verlangen, dass er weiß, ob er ambulant oder stationär ist. Das geht ja nicht. Also in dem Sinne wird es das auch immer in Zukunft geben, egal wie wir das regulieren wollen. Und ich denke aber, dass zumal diese Zweit-, Dritt- und Viertkontakte ja auch deswegen so ineffizient sind, weil die Informationsweitergabe in dem Falle vollkommen suboptimal ist. Das heißt also, selbst wenn es einen Zweitkontakt geben würde, wäre dieser weitaus schmaler, weitaus weniger aufwendig, wenn denn die Information digitalerweise im besten Falle direkt vorlegen. Klassisches Beispiel sind immer wieder die Entlassmedikationen, die man vorfindet von Patienten, die eine stationäre Behandlung hatten, die sich überhaupt nicht decken mit dem, wie der Patient bisher behandelt worden ist. Manchmal sinnvollerweise, aber selbst der Weg zurück, die Information in die Praxis, in die Niederlassung, mit welcher Medikation der Patient entlassen worden ist, die er dann ja vielleicht einige Wochen nimmt, bevor er wieder in der Praxis auftaucht. Diese Information erreicht einen nicht. Da sind wir im Vergleich, selbst im europäischen Vergleich, weit zurück, was diese Basalinformationen anbelangt in der digitalen Übertragung. In der Tat. Wäre ein großes Petitum für die elektronische Patientenakte. Ich möchte jetzt mal kurz übergehen und ein paar Kommentare und oder Fragen weitergeben von Kolleginnen und Kollegen, die zugeschaltet sind und die sich im Chat geäußert haben. Ja, heißt gerade im ländlichen Bereich sehe ich Synergien leider nicht flächendeckend. Es gipfelt in Notarzteinsätzen in der Praxis, die sich auf dem Klinikgelände befindet. Ansonsten ist Inhomogenität ein Thema. Lokale Gegebenheiten berücksichtigen, schön und gut, aber aus meiner Sicht nur im minimalen Umfang. Also das ist so die Frage, wo kann man tatsächlich regional anpassen und wo muss man sich vielleicht auch auf gleiche Strukturen dann verlassen können. Hier wird auch beschrieben, in unserer Region hatten wir zu Beginn der 11, 6, 11, 7, circa 20 diensthabende niedergelassene Ärzte. Jetzt gibt es vier Praxis und maximal vier fahrende Kollegen. Was sich daraus ergibt, erklärt sich von selbst in der Tat. Also auch die Verteilung möglicherweise auf immer weniger Schultern. Und gefragt wird hier auch, wo wir die Möglichkeiten sehen, Bürger und Bürgerinnen in der medizinischen Basisversorgung vielleicht besser zu schulen. Hier wird so das Beispiel gebracht, wo früher vielleicht die Oma auch mal ausgehalten hat, ausgeholfen hat und Wadenwickel empfohlen hat. Also es klingt ein bisschen scherzhaft, aber es spricht natürlich einen wichtigen Punkt an, nämlich, wo können wir die eigene Gesundheitskompetenz der Bevölkerung wieder stärken? Ein Thema, was sicher nicht von jetzt auf gleich geht. Herr Bodermann, ist das für Sie auch noch ein Ansatzpunkt, den man jetzt weiter verfolgen sollte? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur da sehen wir natürlich, dass es muss nachhaltig geschehen und das braucht Zeit. Und bis wir da Generationen haben, die mit einem absoluten Selbstverständnis den richtigen Weg oder den richtigen Ort für das entsprechende Problem aufsuchen und finden, das dauert sehr lange. Und bis dahin, auch in der Durchsicht des bisher geplanten und das, in welchem Zeitraum, wie es denn politisch umgesetzt werden soll, sehe ich eigentlich nur die integrierte Notaufnahme mit einem ärztlichen Bereitschaftsdienst direkt in örtlicher Nähe, wo dann nicht Doppelstrukturen bestehen, sondern direkt Patienten geleitet werden als die vordringliche Maßnahme. Weil die Patienten werden so entscheiden, wie sie es bisher immer getan haben. Da kann man sich etwas wünschen. Da kann man über sie schimpfen. Das nutzt alles nichts. Denn selbstverständlich hat der Patient ein Recht, seine Beschwerden so wahrzunehmen und die Dringlichkeit, so wie er sie wahrnimmt, auch einzuschätzen und dann den Ort aufzusuchen, wenn er es denn nicht anders weiß. Ebenfalls dann vielleicht auch mal fälschlicherweise die Notaufnahme. Aber das wird sich nicht ändern, indem wir darüber klagen, sondern in dem Falle muss man dann, um das abzumildern, den Patienten dort, wo er ankommt, in den richtigen Weg leiten und das mit dem kürzestmöglichen Weg. Und das wäre am besten in einer quasi baulichen Gegebenheit, wo die Patienten direkt dorthin gehen können, wo sie gut aufgehoben sind. Also das eine, die Steuerung in der Notfallversorgung, das andere aber vielleicht frühzeitiges Einsetzen von Gesundheitsschulungen in Schulen schon und so weiter, wissend, dass sich das in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht groß auszahlt in der Notfallversorgung. Aber es gibt ja ganz tolle Beispiele. Kürzlich hat mich ein Kollege aus der Kammer Westfalen-Lippe noch mal aufmerksam gemacht auf eine Riesenaktion, die es mal vor vielen Jahren in Münster gab, wo gemeinsam auf einem Riesenplatz tausende von Schülern Reanimation gelernt haben. Und man kann in einer Studie zeigen, dass tatsächlich das Überleben von Akutereignissen in der Region besser geworden ist. Das war natürlich begleitet durch mehrere Aktionen auch vor Ort. Also man sieht, man kann tatsächlich auch durch Kompetenz auch in diesen Bereichen erzielen. Und warum tun wir das nicht längst? Warum sind wir nicht mehr in der Gesundheitsbildung tätig? Wahrscheinlich, weil sich das eben nicht in einer Legislatur auszahlt. Eine direkte Frage, lieber Professor Dormann, ich lese ab. Wie wollen Sie dauerhaft Oberärzte einer ZNA dazu bringen, immer nur zu ungünstigen Zeiten arbeiten zu müssen, während unsere niedergelassenen Kollegen fast kollektiv ihre Praxen am Freitag um 13 Uhr schließen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine provokante Frage. Aber in der Tat, ist das ein Problem, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Notfallversorgung abwandern wegen dieser unattraktiven Arbeitszeiten? Also definitiv. Das meinte ich auch, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, dass wir dort auch die Qualifikation vor Ort halten können. Und das sind Fachärzte, das sind Oberärzte letztendlich. Also es geht sicherlich darum, vielleicht ist auch der Marburger Bund herausgefordert, dafür vielleicht auch spezielle Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist in der Tat so. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jetzt gerade im niedergelassenen Bereich ja, weil dort Praxisöffnungszeiten unterm Tag sind und kaum mehr Nacht- und Wochenenddienste geleistet werden. Vielleicht haben wir deswegen ja auch diese leichte Leckage in dem System. Und vielleicht muss man auch da auch wieder gucken, dass da vielleicht auch noch mehr Engagement außerhalb dieser entsprechenden Praxisöffnungszeiten stattfindet, um die Balance wieder herzustellen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es schon so, dass wir in den Notaufnahmen eben Arbeitsbedingungen brauchen. Das kann über Arbeitsstundenregelungen sein. Das kann vielleicht dann über Rufdienstregelungen, wie auch immer sein, dass man dort diese Qualität hält. Ich denke, wenn man jetzt in der Gastronomie tätig ist und nur zwischen 8 und 12 Uhr arbeiten möchte, dann ist man in der Gastronomie falsch. Und auf der anderen Seite fordern wir Qualifikation. Wir fordern das für unsere Patienten. Also glaube ich, müssen wir auch Arbeitsbedingungen schaffen, die es möglich macht, dass wir langfristig Kolleginnen und Kollegen dort haben. Und ich erlebe sehr viele Studentinnen, Studenten, die ihr praktisches Tertial auch bei uns machen, die eigentlich brennen für die Akut- und Notfallmedizin. Gerade weil die Akut- und Notfallmedizin für sie den Kern des Ärztin-des-Arzt-Seins macht. Das heißt, ich habe eine breite Differenzialdiagnose. Ich habe unselektierte Patienten. Ich bin intellektuell unwahrscheinlich gefordert. Ich habe aber die Möglichkeiten, auch die Techniken und Innovationen der Medizin in dieser Umgebung zu nutzen. Das ist ein wahnsinnig schönes Fach in der Breite, abwechslungsreich. Und die gilt es letztendlich zu gewinnen. Und ich sage, das werden wir nicht in zwei, drei Jahren schaffen. Das ist sicherlich ein Teil, den wir in Zukunft weiterentwickeln müssen. Und das Witzige ist ja, auf dem Europäischen Gesundheitskongress letztes Jahr war es so, dass die Problematik ja in fast allen europäischen Ländern die gleiche ist. Auch in den USA. Jetzt haben wir ja ganz unterschiedlich organisierte Gesundheitssysteme. Also wir müssen auch überlegen, dass vielleicht nicht nur die Struktur alleine entscheidend ist, sondern tatsächlich, dass sich in der Bevölkerung, in den Generationen eine ganz andere Anspruchshaltung entwickelt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und was die Edukation betrifft, Edukation und Schulbildung ist wichtig. Aber worauf sollen wir sie vorbereiten? Welches Gesundheitssystem werden wir in 15 Jahren vorfinden? Haben wir sie dann auf das richtige System vorbereitet? Oder ist dann längst die künstliche Intelligenz schon längst die, die den Patienten steuern wird? Also ich weiß es nicht. Deswegen, das sind gute Initiativen und Gesundheitserziehung ist wichtig. Aber ich glaube, es ist schwer abzuschätzen, wie es tatsächlich in 15 Jahren aussehen wird bei der rasanten Entwicklung, die wir momentan mitmachen. Also ob die KI einem da viel abnehmen wird, das sage ich auch zu zweifeln. Aber es gibt da durchaus auch bestimmte Projekte, wie zum Beispiel das Ersthilfeprojekt, wo man sich anmelden kann, per App dann einen in der Nähe stattfinden, einen Notfall aufsuchen kann. Durchaus eine sinnvolle Sache. Wo Eintreffzeiten eines Ersthelfers deutlich reduziert werden können. Das ist ein Notfallprojekt. Das führt nicht dazu, dass unbedingt Patienten deswegen direkt besser wissen, wo sie hin müssen. Aber das ist sicherlich eine digitale Unterstützung. Und da wird es, glaube ich, in Zukunft noch mehr dazu geben. In der Tat, wir haben alle nicht die Glaskugel. Das wissen wir nicht. Wie genau ist es in 15 Jahren? Aber was wir sicher wissen, wenn wir nicht anfangen, Dinge zu verbessern, dann werden sie nicht besser. Einfach durch Abwarten und durch Sagen, wir haben noch nicht alle Informationen. Also wir neigen in Deutschland dazu, zu warten, bis wir alles perfekt haben. Das sollten wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht tun, sondern sollten anfangen, die ersten richtigen Schritte zu gehen und dann auch in Kauf nehmen, dass man wird nachbessern müssen, auch egal, welche Reformschritte wir nun gehen. Hier wird beschrieben, alle ärztlichen Verbände müssen bei der Politik ein Fach Gesundheit oder Ähnliches in das Curriculum der Schulen aufzunehmen, zu fordern. Sie haben vorhin gesagt, der Marburger Bund muss sich noch mehr einsetzen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Diese Aufgabe sehen wir bei uns und da sind wir auch immer wieder tätig und wir hoffen, dass wir auch bei den Arbeitgebern dann nicht mehr allzu häufig den Satz hören, Augen auf bei der Berufswahl. Wenn wir sagen, sehen Sie doch mal bitte das Problem, wie hoch die Belastungen sind in der Nacht und am Wochenende immer wieder arbeiten zu müssen. Das sind Arbeitsbedingungen, die sich verbessern müssen und die am Ende, wenn sie dann eben natürlich notwendig sind, das wissen wir als Ärztinnen und Ärzte, dann auch gut vergütet werden. Hinweise sind hier auch noch zu dem Thema Krankenhausreform, Notfallreform, passt das zusammen? Ein Thema, was wir auch jetzt zwei-, dreimal schon am Rand angeschnitten haben. In der Tat ist es ja doch bemerkenswert, dass wir eine dritte Stellungnahme zur Krankenhausreform haben, eine vierte zur Notfallreform. Und wenn man beide liest, sieht, das ist ja nicht so ganz deckungsgleich, passt nicht an allen Stellen genau zusammen. In beiden ist es aber so, dass man zusätzliche Aufgaben für den Rettungsdienst eigentlich hat. Denn wenn wir von der Levelkonstruktion ausgehen und sagen, die Level-1-I-Häuser, dann sollen ja Patienten aus Maximalversorgern beispielsweise an die Level-1-I-Krankenhäuser gehen, um dann noch die letzten drei, vier Tage vielleicht, wo sie noch Infusionen oder Ähnliches brauchen, zu Ende behandelt zu werden. Jetzt fahren Sie öfter Notarzt. Was haben wir, die Kapazitäten im Rettungsdienst? Können wir das schaffen? Also selbst wenn die finanziellen Mittel, wir hatten das schon mal vorhin, da wären und zur Verfügung gestellt werden, sehe ich die personelle Verfügbarkeit in dem Bereich nicht. Das heißt, Rettungsdienst, so wie er ausgestaltet ist, führt momentan dazu eher, dass die Beteiligten sich nach kürzerer Zeit umentscheiden und ihren beruflichen Werdegang woanders sehen. Und das ist jetzt nicht absehbar, dass man irgendwo diese Ressourcen vorhalten könnte. Von daher werden wir dann vielleicht an einem Punkt sein, wo man versucht, schnell nachzusteuern, es aber rein auf der personellen Ebene überhaupt nicht realisierbar ist. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Beispiele, wo im Gesundheitswesen etwas geplant wird, aber dann hinterher festgestellt wird, wir hätten vorher an eine andere Sache denken müssen und im Rettungsdienst war es ganz häufig so, nicht nur in Pandemiezeiten, dass für etwas hergehalten wurde, was organisatorisch an einer ganz anderen Stelle nicht gestimmt hatte. Und Notfälle oder der Notfall des Rettungsdienstes ist ja häufig erst sozusagen eine Endsituation von etwas, was viel früher auch hätte abgefangen werden können. Und das Problem werden wir in Zukunft, denke ich, verstärkt haben. Also müssen wir da genau hingucken, passen die Konzepte überhaupt? Kriegen wir das hin? Nun wären wir ja nicht das erste Land, was eine Krankenhaus- und eine Notfallreform macht. In manchen Bereichen ist auch die Luftrettung deutlich ausgebaut worden. Wir sind in Deutschland, haben natürlich nicht so Riesenflächen. In städtischen Bereichen ist es ja an manchen Krankenhäusern gar nicht möglich, überhaupt einen Hubschrauberlandeplatz zu haben. Es sind viele Probleme im Detail. Aber wir sollten uns nicht aufhalten lassen, wenigstens das zu regeln, was jetzt unkompliziert zu regeln ist. Das wäre aus meiner Sicht das Thema Ersteinschätzung. Ein zentrales Thema der Notfallversorgung. Der gemeinsame Bundesausschuss sollte ja bis Mitte dieses Jahres Kriterien für die Ersteinschätzung auch benennen und sagen, was muss ein solches Ersteinschätzungssystem mindestens schaffen. Es läuft ja schon unter der 116, 117 eine telefonische Ersteinschätzung. Herr Gibis hat vorhin das Thema auch angesprochen, Telemedizin. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Dormann? Wird das Risiko der Fehleinschätzung durch eine telefonische Ersteinschätzung erhöht? Oder glauben Sie, das ist eigentlich ein gutes Instrument, um zumindest die ganz einfachere Differenzierung vorzunehmen? Also ich denke, dass die Ersteinschätzung, die strukturierte Ersteinschätzung auf jeden Fall ein Fortschritt ist. Es ist ein Standard, an dem man sich reiben kann, den man weiterentwickeln muss. Aber es ist definitiv ein Fortschritt, wenn man denkt, was war vorher. Vorher war die individuelle Entschätzung des Telefonierenden letztendlich gefragt mit individuell gestrickten Algorithmen. Das ist sicherlich in der Qualität überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was jetzt an Möglichkeiten vorhanden ist. Aber die telefonische Ersteinschätzung bedingt, dass jemand kommunizieren kann, auch in unterschiedlichen Sprachen. Und dann ist das sicherlich eine erste Entscheidungsmöglichkeit. Und die Gefahr, glaube ich, besteht, wenn man jetzt auf der Basis einer telefonischen Ersteinschätzung eine Präsenz-Ersteinschätzung macht. Und da gibt es ja so einen Beschlussentwurf, der irgendwann jetzt auftauchen sollte. Und da steht auch drin, dass also so ein Ersteinschätzungssystem beginnt mit einem strukturierten Interview und Antwortoptionen. Und das ist natürlich für den Präsenzpatienten nicht korrekt. Weil der Präsenzpatient, der macht einen persönlichen Eindruck. Es gibt vielleicht Vitalwerte, die wir beim Präsenzpatienten, wie die Atemfrequenz, vielleicht auch die Sauerstoffsättigung oder die Pulsfrequenz oder die Temperatur eben messen. Und das hat erst mal gar nichts mit Fragen und Antworten zu tun. Daran sieht man schon mal, dass man den Präsenzpatienten eventuell nach anderen Kriterien einschätzen muss, als das bei der Telefontriage mit einer Frage-Antwort-Möglichkeit ist. Würde denn aus Ihrer Sicht, Herr Gibis, komm gleich dran. Würde denn aus Ihrer Sicht, also wir wissen ja noch nicht, alle rufen die 116, 117 an. Manche, weil sie sie nicht kennen. Andere, weil sie sagen, ich warte da zu lange. Es gibt verschiedene Gründe. Aber wir haben ja die Zahlen von Herrn Gibis gehört. Viele rufen sie ja auch an, erfreulicherweise. Wäre es denn aus Ihrer Sicht auch möglich, Patienten, die zu uns in die Notaufnahmen kommen, die wir dann mit Easy oder Manchester einschätzen und stellen fest, es ist kein dringlicher Fall. Könnten wir diesen Patienten dann nicht auch sagen, jetzt sind sie bei uns. Bitte rufen Sie jetzt die 116, 117 an, machen da die strukturierte Befragung durch. Vielleicht kann der Fall von dort auch schon fallabschließend behandelt werden. Vielleicht telemedizinisch. Und wenn nicht, ist dadurch natürlich ein gewisser Lerneffekt im Sinne von, ich rufe besser erst die 116, 117 an. Ist das sinnvoll oder nicht so sinnvoll? Also wir haben ja tatsächlich Erfahrung, wie Herr Gibis vorhin gesagt hat. Wir verweisen ja auch auf die Termin-Service-Stelle und wir verweisen ja auch darauf, dass auf den KV und entsprechende Telefonnummern sind, wo diese Patienten anrufen können. Aber das Gespräch, in dem ich einen Patienten, der jetzt vor mir steht, das erkläre, kostet mich sicherlich zwei, drei Minuten Zeit. Und vielleicht wäre genau für diesen Patienten, den ich weiterleiten kann, der eben nicht dringlich ist, genau das die Behandlungszeit. Also ich muss eine Abwägung treffen. Investiere ich jetzt diese Zeit der Weiterleitung letztendlich in eben eine Patienten-Odyssee oder investiere ich diese Zeit und der Patient bekommt jetzt das Rezept und gut ist diese Angelegenheit. Das heißt, das Entscheidende passiert eigentlich, bevor dieser Patient kommt. In dem Moment, wo dieser Patient sich vorstellt, wird erst mal Mehrarbeit generiert. Und jetzt, glaube ich, muss man sich eben im System entscheiden, ob diese Mehrarbeit jetzt in eine Patientensteuerung investiert wird oder in eine Patientenbehandlung. Und weil immer dieser Satz gesagt wird, die Entlastung der Notaufnahmen. Ich glaube, es geht gar nicht so um die Entlastung der Notaufnahmen durch Patientenzahlen, sondern es geht eigentlich darum, diese integrierten Notfallzentren so auszustatten, dass sie jetzt dem Anspruch auch gerecht werden und dass man dort Arbeitsbedingungen vorfindet, indem man eben Patienten gut versorgen kann. Und dann haben wir auch keine Überlastung oder Belastung mehr, sondern dann haben wir eine adäquate Patientenversorgung, die wir dort vorhalten. Herr Gebis. Ja, gerne. Ich meine, wir stimmen überein, dass die Einschätzung nach Art des Hauses eigentlich vorbei ist. Wir brauchen Standards für die Einschätzung, so wie MTS-E sie sich durchgesetzt hat und mittlerweile anerkannt ist. Im Blaulichtbereich brauchen wir auch eine strukturierte Einschätzung im Nicht-Blaulichtbereich. Und der ist oft noch viel schwieriger, finde ich. Weil dann geht es wirklich, wie Sie sagen, Professor Dormann, in chronische Patienten. Das geht in den Nicht-Akut-Bereich hinein, wo man eine Anamnese macht, wo man auch mehr Zeit braucht. Und wir haben gerade den Eindruck, der Blaulichtbereich ist eigentlich ganz gut organisiert und durchstrukturiert. Aber in diesem zunehmenden Bereich der Nicht-Blaulicht-Fälle brauchen wir mehr Struktur. Und in der Tat, auch da kommt dann die Frage auf, macht man so eine strukturierte Ersteinschätzung in der Notaufnahme, die vielleicht drei Minuten kostet. Und dann weiß man, in welcher Dringlichkeit und welche Versorgungsebene. Davon kann man natürlich abweichen. Man hat es auch dokumentiert. Oder sagt man dem Patienten, Sie können auch noch warten. Es dauert eine ganze Weile, bis Sie drankommen können. Und da meinen wir schon, dass auch eine strukturierte Ersteinschätzung in der Notaufnahme sehr, sehr sinnvoll sein kann. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass wenn den Patienten vor Ort unaufwendig geholfen werden kann, das auch immer vorgeht. Weil wir haben schon den Eindruck, dass die Ersteinschätzung gerade im Nicht-Blaulicht-Bereich zwischen den Notaufnahmen sich sehr, sehr unterscheidet. Da gibt es Kliniken sicherlich wie Fürth. Da gibt es auch viele andere Kliniken. Und Sie hatten das angesprochen. Ich war bei der Notfallstufen-Konzeption damals auch mitbeteiligt und in einigen Sitzungen mit dabei gewesen. Die war sehr umstritten. Und braucht man das? Ist es nicht Bürokratie? Ich glaube, es war gut, dass der GBA erstmalig so eine Strukturierung da vorgenommen hat. Was jetzt gerade im GBA diskutiert wird, ist auch eine Strukturierung, die meines Erachtens das Licht und auch die Bedeutung auf die Notaufnahmen lenken wird. Einschließlich auch der Frage, wie kriegen Sie Patienten auch verbindlich weitergeleitet? Ich habe selber lange genug in der Notaufnahme gearbeitet. Sie können nicht den Patienten sagen, hier können Sie nicht behandelt werden. Dann gucken Sie selber, wie Sie zu dem Termin kommen. Da muss auch Notaufnahmen die Möglichkeit eröffnet werden, dass Sie verbindlich auch Termine, wenn es denn zeitlich geht und angezeigt ist, buchen können. Also ich meine, diese Richtlinie würde, glaube ich, eher der Notaufnahme Bedeutung und Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und wenn Sie sich mal angucken, jetzt in der Normenwelt der Versorgung, beim Fachabteilungsschlüssel, es gibt da keine Notaufnahme, sondern es gibt nicht die Notaufnahme. Im DRG-System hängt die Notaufnahme am Hauptabteilungsfall mit dran. Wenn ich mir Pflegepersonaluntergrenzen angucke, in all den Bereichen, die Gefahr geneigt sind, sollte man sowas haben. Notaufnahme, finde ich, einen ganz wichtigen Bereich, der auch entsprechend abgesichert sein sollte, gibt es auch nicht. Also in anderen Worten, ich meine, dass die Richtlinie des GBAs in dem Bereich insgesamt für die Notaufnahmeversorgung eine Fortentwicklung darstellen kann. Und ja, in der Tat, die Systeme, die man dafür braucht, müssen erst mal entwickelt werden, die müssen erst mal fertiggestellt werden. Bis dahin hat man eine relativ lange Übergangszeit. Aber ich meine schon, dass man damit Versorgung auch in den Notaufnahmen professionalisiert. Ich bin mir sicher, in den Stufe-3- und 2-Häusern kann man das schon weitestgehend annehmen, aber nicht in allen 1200 Standorten, an denen Notfallversorgung stattfindet. Herr Gibbis hat, Herr Bodamer hat angesprochen, die GBA-Notfallstufen, die ja in der Tat nach Stufe Struktur auch Personalvoraussetzungen haben, auch Voraussetzungen, was für Abteilungen dahinter in dem Krankenhaus vorhanden sein müssen. Wäre es irgendwie hilfreich, eine Strukturvorgabe auch für ärztliche Bereitschaftsdienstpraxen zu machen? Also zu sagen, da muss mindestens ein Arzt mit Qualifikation, also der muss mindestens diesen und jenen Kurs gemacht haben oder der muss mindestens ein EKG da stehen haben oder gar noch andere Banalitäten wie ein Drucker, damit er dem Patienten was mitgeben kann. Ist das sinnvoll? Oder würde man sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch? Also in der Struktur muss man natürlich ganz klar berücksichtigen, was will man dem Patienten anbieten? Und im Unterschied Bereitschaftsdienst und Notaufnahme ist es natürlich ganz klar, dadurch, dass viel an diagnostischen Möglichkeiten in der Notaufnahme vorgehalten werden, hat man zu diesem Zeitpunkt, wenn der Patient die Notaufnahme betritt, seinen Beschwerden äußert, durchaus Verpflichtung und die Notwendigkeit, bestimmte Dinge auch dann abzuklären. Aber wenn man in einem Bereitschaftsdienstzimmer ein Stethoskop hat und vielleicht ein EKG, dann ist die Situation allein nur dadurch bedingt, dass man keine Handlungsmöglichkeiten hat. Das kann es für den Behandler vielleicht einfach machen, dass er dann sagt, ja gut, wir haben ja nur die und die Möglichkeiten, also kann ich entscheiden, gehst du nach Haus mit einem Rezept oder gehst du in die Klinik? Aber alleine, dass der Patient dann dort lediglich in eine oder andere Richtung geschickt wird und in ganz vereinfachten Fällen Diagnostik und Therapie dann mit einer Therapie dann auch abgeschlossen ist, bestenfalls dann auch nicht mit einer Folgekontrolle, das gibt es ja viel zu wenig. Wenn wir das besser machen wollen, dann ist die Qualifikation die eine Sache, das heißt des Behandelnden oder des diagnostizierenden Arztes im Bereitschaftsdienst, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Ausstattung. Und wenn die Ausstattung bestimmte Dinge nicht vorhält, dann stellt sich die Frage nach der Qualifikation weniger. Und da muss man kritisch hinterfragen, ist denn nicht vielleicht gewollt, dass die Ausstattung nicht so da ist, weil dann bräuchte man ja nicht die Qualifikation. Beispiel Sonografiegerät. Das Sonografiegerät steht da ja nicht rum, um irgendwie einfach nur eine Ausstattungsvoraussetzung zu erfüllen, sondern es steht da rum, weil es benutzt werden soll. Nur das muss man dann auch können. Und da wird es dann vielleicht das Personal nicht geben. Haben wir Sorge, dass wir die Ärztinnen und Ärzte nicht haben, die im ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig sind, weil sie dort zu viel Ausstattung haben, die sie vielleicht auch bedienen können müssten? Es ist mal so provokant gesagt, durchaus so, dass der ein oder andere sagt, okay, ich habe die Möglichkeit nicht, dann muss ich dich jetzt in die Klinik schicken. Das heißt aber nicht, dass das stationär unbedingt dort behandelt werden muss. Wäre aber eher ein Petitum für eine Ausstattung und dafür zu sagen, naja, also eine Notfallsonografie ist natürlich auch, selbst wenn ich jetzt nicht permanent sonografiere, ist ja eine Notfallsonografie auch zu lernen und auch weniger differenziert natürlich notwendig, als wenn ich jetzt genau schauen will, in welchem Lebersegment ist denn jetzt da irgendwas, sondern es geht ja um die Notfallsonografie in der Tat, die ja andere Voraussetzungen hat. Das wäre also eher, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Petitum, dafür eine gewisse Grundausstattung auch vorauszusetzen. Wird Ihnen das auch leichter machen, Herr Dormann, Patienten dann zuzuweisen? Also wenn Sie wüssten, jede ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis hat mindestens dies an Ausstattung und mindestens jenes an ärztlicher... Also keine Frage, ein transparentes Leistungsspektrum ist immer ein Beitrag zu einer besseren Patientensteuerung und wenn ich auch wüsste, dass da eine Wundversorgung stattfindet, dann kommt auch die Wundversorgung, kann auch weitergeleitet werden, die ja dann der kleineren Wundversorgung auch ambulant ist. Aber darf ich kurz noch auf Herrn Gibis antworten zur Erstsichtung? Ist das noch möglich? Klar. Herr Gibis, wir haben in Deutschland ja jetzt durch die gestufte Notfallversorgung bundesweit ja eine entsprechende Verpflichtung, medizinische Erstsichtungen durchzuführen und der MD prüft das ja auch innerhalb dieser zehn Minuten. Wir haben Notaufnahmen, die teilweise 20 bis 30 Patienten pro Stunde zum Beispiel frequentieren. Das ist natürlich eine, also das ist Aktin-Datensatz jetzt vom Jahr 2022 zum Beispiel, das sind Notaufnahmen im Schnitt etwa mit 12 bis 15 Patienten, Spitzennotaufnahmen 25 bis 30 Patienten pro Stunde zu Spitzenzeiten. Und dann haben wir natürlich auch im Winter zum Beispiel auch mal sehr viele Fälle oder wir hatten vor ein paar Wochen Blitzeis, da hatten wir in vier Stunden 170 Patienten. Das muss die Triage können. Das muss die medizinische Erstsichtung können. Und das können viele Notaufnahmen, die haben sich professionalisiert und wir nutzen momentan Erstsichtungssysteme, die international validiert sind. Und wenn Sie eine PubMed-Eingabe mal machen nach medizinischer Ersteinschätzung in den Emergency Departments, dann werden Sie sehen, dass in den letzten zehn Jahren die Forschung in diesem Bereich explodiert ist. Da gibt es zwei große Bereiche, das ist der ESE, das ist der MTS, aber es gibt ganz andere große Bereiche, da haben wir noch gar keinen Namen dafür. In der Vergangenheit haben wir Symptom-getriggerte oder Algorithmus-getriggerte Triage gemacht. Vielleicht machen wir in Zukunft Point-of-Care-getriggerte Triage oder vielleicht auch Anamnesedaten, entsprechende Triage-Systeme. Es wäre jetzt ein Fehler, sich jetzt auf ein System zu fokussieren, das würde uns in der zukünftigen Entwicklung blockieren, das würde wissenschaftliche Innovation blockieren und das würde eine Weiterentwicklung des Systems blockieren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ja schon bundesweiten System, was im Endeffekt funktioniert. Meine Kritik an dem Beschlussentwurf ist, dass wir uns von der Technik abhängig machen in der Erstsichtung. Denn da steht geschrieben, dass wir ein Medizinprodukt der Klasse 2a benötigen. Ich brauche für die medizinische Ersteinschätzung eigentlich eine gute Ausbildung, aber ich brauche kein Medizinprodukt. Ich bin damit konform, dass wir das digital dokumentieren müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss transparent sein und es muss nachvollziehbar sein. Aber es muss nicht ein Medizinprodukt sein. Und dementsprechend kann ich auch zum Beispiel im Rettungsdienst oder wenn ich einen Massenanfall habe, dann kommt es eben nicht darauf an, dass ich ein Medizinprodukt habe, sondern der Algorithmus und die Entscheidung muss nachvollziehbar und dokumentiert sein. Und ich denke, wir müssen uns da auch öffnen. Und der dritte Punkt ist, dass die Erstsichtung jetzt, die etabliert ist, ja auch sagt, dass der Patient nicht dringlich ist. Und jetzt geht es ja darum, dass wir eine Erstsichtung brauchen, die nicht nur die Dringlichkeit, sondern auch die Versorgungsebene allokiert. Aber die Versorgungsebene können wir ja nicht allokieren, solange die Bereitschaftspraxen keinen Standard haben. Wie Frau Jona schon sagt, wenn ich weiß, dass da eine Wundversorgung ist, dann ist für mich das jetzt ein niedrig triagierter Patient, der die Ressource einer Wundversorgung braucht. Wenn ich weiß, dass das ist, dann wird er weitergeleitet. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß es nicht. Deswegen jetzt ein System zu etablieren, was auf eine Versorgungsebene weist, die aber nicht standardisiert ist, das ist nicht möglich. Und dazu kommt noch die technische Abhängigkeit von einer Infrastruktur, die ebenfalls noch nicht existiert. Da würde ich davor warnen. Und ich denke, wir müssen bei all diesen Entscheidungen auch dafür Sorge tragen, wie ich eingangs gesagt habe, dass auch wissenschaftliche Innovation in Zukunft im Bereich der Erstsichtungen möglich sein wird. Denn wir kennen auch die Lücken unserer Erstsichtung. Bei bestimmten Patientengruppen, die wir in den Häusern teilweise auch noch anders organisieren müssen, um diese Lücken auch zu schließen. Also die sind nicht perfekt. Das ist vollkommen klar. Aber das sind, glaube ich, die Punkte, die man bei dieser Erstsichtungsdiskussion schon noch beachten sollte. Ja, vielen Dank, Herr Gibbis. Ist das irgendwas, was Sie für machbar halten? Natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ist diese Strukturvoraussetzung für ärztliche Bereitschaftsdienstpraxen etwas, wo Sie sagen können, ja, das kann man aufbauen und damit auch den Notaufnahmen etwas mehr Sicherheit in der Weiterleitung von Patienten geben und auch die Patientenzahl erhöhen, dadurch natürlich die weitergeleitet werden kann. Und das muss ja am Ende unser Ziel sein, zum einen für die Patientinnen und Patientensicherheit zu geben und zum anderen aber auch tatsächlich die Notaufnahmen zu entlasten von den Patienten, die die Strukturen des Krankenhauses nicht brauchen. Im Moment hören wir Sie nicht, Herr Gibbis. Stummschaltung ist da hinderlich. Nochmal zurück zum Vorredner. Diese Software, die man da einsetzt, zur Ersteinschätzung, hat ja durchaus eine Funktion, das ist auch eine Haftungsfrage. Ist es eine Software? Ich glaube, dass wir viel öfter eigentlich nachdenken müssen, ob eine Software nicht besser ein Medizinprodukt ist. In der Telefonie ist das ein Medizinprodukt. Da haftet auch der Hersteller für die Richtigkeit des Produktes. Das muss evaluiert sein. Medizinprodukt der Klasse, die angesprochen ist, heißt, dass auch in Studien nachgewiesen werden muss, dass das entsprechenden Standard haben soll. Und ich glaube, das ist ein Mindeststandard, den man da abverlangen muss. Insofern verstehe ich die Kritik hier nicht, dass man hier sich für Qualität und für Standards einsetzt. Und jetzt zu sagen, ich weiß nicht, wer in Fürth Wundversorgung macht und was die EBD-Praxis macht. Natürlich wissen Sie doch in Ihrem Haus, was die EBD-Praxis leisten kann und was sie nicht leisten kann. Das wird doch dadurch gar nicht außer Kraft gesetzt. Zur Frage in Ausstattung. Ja, ich glaube auch und ich bin relativ sicher, dass in der Folge auch weitergehende Standardsetzung stattfindet. Aber ich will noch auf einen Umstand hinweisen. Die Notfallversorgung, zumindest im ambulanten Bereich, ich weiß nicht, wie Sie das im Krankenhaus sehen, im ambulanten Bereich ist die Notfallversorgung eine Überbrückung bis zum nächsten Tag. Notfälle müssen sofort versorgt werden. Wenn jemand Schmerzen hat, muss auch versorgt werden. Wir haben da eine Unterteilung bis vier Stunden, 24 Stunden. Manche brauchen einen Termin die nächste Woche oder später. In anderen Worten, diese Versorgung ist ein Notfall, eine akute Versorgung, die überbrückt die Zeit, bis man wieder auch einen Termin in einer Versorgung bekommen kann. Die soll gar nicht so attraktiv ausgestaltet werden, dass Patienten sagen, ach, gehe ich heute Abend oder gehe ich heute und ach, dann gehe ich doch einfach da vorbei, da erhalte ich alles. Ich glaube, das ist fast verlockend, das auch auszugestalten. Aber es kommt genau zu dem Effekt, den Professor Dormann beschrieben hat. Es werden noch mehr Patienten kommen. Also wir müssen uns wirklich überlegen, was halten wir auf welcher Ebene vor. Notfallpatienten haben Vorrang. Die müssen auch die Maximalversorgung jederzeit kriegen können. Alle anderen Patienten sollen sich da auch mit einbringen, entsprechend ihrer Erkrankungsschwere und auch Dringlichkeit. Dafür brauchen wir eine Strukturierung, dafür brauchen wir eine Steuerung. Ja, ich glaube, ich denke auch, man wird auch bei den EBD-Praxen-Standards entsprechend dann auch definieren, ob die dann jetzt immer zwingend ein Sonografiegerät brauchen oder ob das über das Krankenhaus hinzugezogen werden kann. Eine Notfallsonografie ist eigentlich schon fast kein Bereitschaftsdienstfall mehr. Das ist ein echter Notfall. Also wenn ich da gucken muss, ob da freie Flüssigkeit im Bauch ist, dann wird schon eine andere Liga erreicht. Also da müssen wir auch kollegial und ärztlich drüber nachdenken, welche Standards wollen wir denn? Und Frau Jona, ich kann da nochmal an unser gemeinsames Projekt erinnern. Wir haben ja schon mal als KBV und Marburger Bund Mindeststandards definiert und ich finde die nach wie vor vernünftig. An denen kann man sich orientieren. Ja, vielen Dank. An der Stelle ist mir jetzt nochmal wichtig, etwas anzusprechen, was ich vorhin angerissen habe. Das ist die Ex-Ante- und die Ex-Post-Sicht bei der Einschätzung von Patienten. Wir sprechen ja immer wieder und haben auch mehrfach angesprochen hier in dieser Sendung. Natürlich gibt es Patienten, die in die Notaufnahme kommen, wo sich wahrscheinlich alle ärztlichen Kollegen ganz am Anfang einig wären, dass die da nicht hingehören. Und da brauchen wir auch nicht viel Diagnostik für, um das sagen zu können. Allerdings ist dann wieder ein großer Teil Patienten, wo wir, wenn wir hinterher mit den Krankenkassen darüber sprechen müssen, warum wir diese Patienten als ambulante Fälle in den Notaufnahmen behandelt haben, wo man eben nicht so einfach direkt vorher wusste, dass das ein ambulanter Fall bleibt. Und hinterher, der Spruch hinterher ist man immer klüger, stimmt in der Notfallversorgung und ist da ganz besonders plastisch. Und Herr Dormann hat ja vorhin auch gesagt, dass er selbst mit den vielen Jahren Erfahrungen, die er hat, immer wieder feststellt, es gibt Fälle, wo man sich dann auch manchmal über die Diagnostik wundert. Insofern ist die Vorstellung, man kann durch Steuerung das komplett lösen, sicher nicht gut, weil das ist so ähnlich wie, wenn ich in jedem EKG einen Herzinfarkt diagnostiziere, dann schreibe ich definitiv zu wenig EKGs. Also so 100 Prozent wird nicht gehen. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig. Jetzt kommen wir langsam schon zum Ende unserer Sendung. vielleicht noch einen kurzen Beitrag von jedem, was noch so unter den Nägeln brennt. Das sammelt sich ja immer an in so einer Diskussion. Herr Wodermach. Ja, aber Sie haben ein gutes Beispiel genannt. Also wenn man sich den antizipiert, welche wirtschaftlichen Schwierigkeiten es verursachen würde, wenn man einen Patienten, der eigentlich stationär vorgesehen ist, doch ambulant behandelt, dann bewegt man sich auf einem vollkommen falschen Wege. Also die Orientierung an dem Krankheitsbild, an den Menschen, den man da vor sich hat und nicht mit dem Hintergedanken irgendwelche abrechnungstechnischen Wege einzuhalten, damit das Ganze sich lohnt. Das ist ja schon wirklich absurd. Aber leider, leider nimmt es diese Form an. Und das muss man wirklich kritisch betrachten und immer wieder aufstehen und sagen, Leute, so geht es nicht. Wir wollen hier Patienten versorgen. Wir wollen hier unseren Job machen. Den brauchen wir. Dafür brauchen wir die Vorhaltung. Und da können wir nicht immer wieder entweder Steine in den Weg gelegt bekommen, weil wir daran denken müssen, ob sich die Geschichte finanziell lohnt. Dafür sind wir Ärztinnen und Ärzte nicht in der Notaufnahme, nicht im Bereitschaftsdienst und auch nicht in der Praxis tätig, sondern wir müssen den Patienten versorgen. Und im Notfall denkt man nicht übers Geld nach. Vielen Dank. Herr Daumann. Ja, vielleicht der erste Punkt noch zu dem Medizinprodukt. Ich glaube, dass sich da durchaus der GKV folgen kann, dass Erstsichtung ausschließlich im Rahmen der Delegation stattzufinden hat. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in der Praxis eine MFA, die anhand ihrer Software arbeitet und nicht im Rahmen der Delegation des zuständigen Arztes. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen Erstsichtung im Rahmen der Delegation unter ärztlicher Verantwortung von qualifizierten Ärztinnen und Ärzten. Und der letzte Punkt, der mir ein bisschen auf den Nägeln brennt. Wir haben jetzt die Reform, letztendlich die Leistungsgruppen und die Level. Ich kann nur hoffen, dass die Leistungsgruppe Notfallmedizin entsprechend ausgestattet wird und auch entsprechend Berücksichtigung findet. Denn das, was ich eingangs gesagt habe, es wird über die Qualifikation, über die Anerkennung der klinischen Akut- und Notfallmedizin, über deren Fachlichkeit werden wir Qualität erzeugen und das System wird effizienter. Deswegen hoffe ich sehr, dass diese Leistungsgruppen auch entsprechend gesundheitspolitisch gewürdigt werden. Sehr wichtig. Herr Gewiss, Ihr Schlusswort. Ich meine, alle Kollegen, egal ob ambulant oder stationär, wollen ihre Patienten gut versorgen können. Und ich kann mich da den Vorrednern nur anschließen. Wenn da Kostengesichtspunkte, wenn irgendwelche Abwägen, Strukturüberlegungen handlungsleitend werden, dann haben wir unseren Beruf nicht gut gemacht. Und insofern meine ich auch, braucht es eine Professionalisierung. Das heißt auch eine Professionalisierung im Sinne von, dass die Strukturnotaufnahme und die Strukturbreitungsdienst entsprechend ausgestattet wird. Und die ganze Diskussion um die Vorhaltekosten sollte auch unbedingt auf die Notfalldiskussion erstreckt werden. Das lässt sich in guter Qualität nicht immer wirtschaftlich machen. Und das muss man anerkennen und muss auch dafür entsprechend Mittel aufbringen können. Vielen Dank an Sie, die Sie mit uns dieses wichtige Thema diskutiert haben. Vielen Dank an Sie, die Sie zugehört, zugeschaut und auch uns mit Anregungen unterstützt haben. Das Thema wird uns erst recht im Rahmen der groß angelegten Krankenhausreform sicher noch länger beschäftigen. Bei den Differenzen, die wir hier im Detail sicher auch hatten, habe ich doch eine große Einigkeit rausgehört, dass der Fokus ganz klar sein muss, nämlich die gute Patientenversorgung und aber auch der Fokus darauf, sich klarzumachen, der Fachkräftemangel, der Ärztemangel wird zunehmen im Gesundheitswesen. Und wir müssen eben auch in der Notfallversorgung, aber in anderen Bereichen selbstverständlich auch, gute Arbeitsbedingungen vorhalten, damit die Kolleginnen und Kollegen auch dauerhaft in diesem Bereich arbeiten wollen. Das brauchen wir für die Versorgung der Bevölkerung. Unbedingt. Und ich sage jetzt auch noch etwas in eigener Sache. Wir sind hier in Wiesbaden, wir sind in Hessen. In Hessen sind Kammerwahlen vom 23. Mai bis zum 14. Juni. Und ich appelliere an Sie alle, beteiligen Sie sich an der Kammerwahl. Tun Sie das auch in Ihren eigenen Bundesländern, wann immer da die Kammerwahlen sind. Die ärztliche Selbstverwaltung ist ein hohes Gut. Wenn es die nicht mehr gibt, dann werden wir fremdverwaltet. Und so sehr wir manchmal Kritik an unserer eigenen vielleicht ärztlichen Selbstverwaltung haben. Ich erlebe doch wenige, die glauben, dass die Fremdverwaltung besser ist. Bedanke mich, bedanke mich für Ihr Interesse und sage bis zum nächsten Mal.